äh, sind wir schon etwas vergisst boah ey, wie langst du da stehst einfach nehm medizinpreis ist dick lang wenn du das medizinmast sarah engels verheiratet ich war gerade das geschirr durch den fuß so, hier holen ich es erhalten yay da hat zwanzig und mega Polweldfeld den Hirschluss permanent ah gut ich kann noch Maples dabei machen wo hast du Fixi, den brauch ich unbedingt weil die sammelt mega brutal was läuft da bei mir ich komme heran bin mir gesessen, sie geslimmisch und schütträger bin mir am schaffen keine Angst wir haben keine Angst wir haben keine Angst ich weiß nicht was du musst ich wollte schon einfach mal heran wenn du gucke was du musst die образige mit der die 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 Du musst auch gucken, dass du den Eisenschmied herstellst, weil du von der Presse die Gefühle Ja, das ist immer ein Allgäumgang zu Weiden, hei, da ist ein Witz, hei, wieviel, oh, jetzt bin ich da da und ich bin sich Holz gönn, aaa, komm nicht ab, bis du von drohen So, wo gehen wir raus Ja Wir gehen Eisen, also ich muss mal aufbauen, wir brauchen Eisen Oh, ich muss noch die scheiß Weizen finden, die scheiß Weizen-Dinger weiß ich nicht, wo wo ich die kriege Weizen, so Wenn eben den Hirsch schlägt mir so lebt, man Wär ja noch schon mal im Hungriff Wär ja noch schon mal im Hungriff Ich weiß nicht, da ist Platz gebaute, wo wo ich auch gebaute Wir quitsich haben Ja, vor ne Menge Arbeit hat man schon geschrieben, so Ja, wie weit wirst du denn? Das ist ja die Lave Ich weiß nicht, da wirst du schon wie weit wirst Ja, aber wo ist das noch so, dass ich dich losgültere Ah, wo ist Brot, wo ist der Brot hier? Brot kannst du von Geishner kreieren oder von der Schatztruhe schon abgemacht Ja, hast du schon viel drinnen abgemacht Ja, und Schatztruhen aus der Luft, äh, da dran Oh, okay Krass, das ist ja schon kreieren, auch ein Sänger Schatztruhe zu nehmen Ist ja genau geschlossen, nur halb, okay Oh mein Gott, da hat sich viel halb von Ja, und noch ein bisschen Palladium Ich muss unbedingt sein Glackbauern, dass das Den Alarm Ja, dass sie dann an den U-Waffe gehen Ja, die musst du unbedingt machen Wir bauen die Hörner hin, die können ja Hörner stehlen Ich nehme ein Stück für den Tik Tok geguckt oder so und du hast alles erklärt, was du so brauchst Ich nehme ein Stück für den Tik Tok geguckt oder so Ich nehme die für den Moment wohl hin Den Herrn Software kannst du auch benutzen, für das den Leuten besser schaffen Okay Ich habe mich schlau verstanden, aber Ja Aktuelle Einweisung, eindringende zurückschlagen Ja, ja, das fand ich gut Oh, was meine ich rum, ich brauche noch rum Ich habe wirklich ein Problem mit der Dinge Ich habe wirklich ein Problem mit der Dinge Ja, und bleib dran Das ist 85er-Ratio Ich weiß, wie kommen die Menge Pfeile in den Gang Ich küsse mich immer an, wenn man so Fallway, Fallway, Fallway Fallway Heut Ich bin nicht nur so Wie schön die gehst du darum schaffen denn? Doch, nicht du Ja Oh, wie geht's? Schau'n Aber es konnte hier nicht die Wartrasse laufen, hey Das könnte hier nicht über die Straße laufen, hey Schau'n Schau'n Ah, das könnte hier nicht über die Straße laufen, hey Schon der Kampfu gefangen, Mammoth. Du streamst aber nicht, oder? Doch. Oh, Mensch, ich habe keine Notifikation. Ach, halt, Backe. Ich gucke nur noch. Ich muss sowieso Dinge machen. Außer der Blüe Fitsch, den du gefangen hast, oder? Ja. Nein, nein. Der, der schon als heute ist, der ist momentan schon dort. Ah. Dann wir fangen durch den Block. Das ist aber der, den du meinst. Das ist die Blüe... Nein, die kommen nicht nach oben. Die kommen nicht nach oben. Ah, die sind nicht nach oben, oder in den Höhlen. Die sind nicht nach oben, oder in den Höhlen. Das ist nicht nach oben. Das ist nicht nach oben. Woah, Fien als ich über die Ferse gekommen. Hier geht Haftisch weiter, ne? Ja. Oh, das wollen wir zusammen gegen das Spiel, egal, wenn wir hier von denen zusammen kre- äh, doof man. Kriegt dann immer ein E von uns zu werden. Ja. Serio? Ja. Dann müssen wir zwei mal machen. Wie kann die nie über das Wasser laufen? Ja. Du hast keine Falls-Sphäre, in Ostern dein Echt. Boah, scheiße, ich bin von drüben. Aua, aua. Das verfolgt mich, die Attacke von dem, der ja. Ja, will eh noch. Verdammt. Schon nicht gesehen, dass ich keinen Falls-Sphäre mehr habe. Oh, ein Depresso! So. Fahrt gerne in die Presse. So. Ich fahrt gerne in die Presse. Ich fahrt gerne in die Presse. Ja! Ja. Ich fahrt gerne in die Presse. So, Papa, bei mir steht schon kein Falls-Sphäre. Also mein Evental sind da zehn. Die Gering-Mengste. Und die Blue. Die Blue. Dann dreck mal den Kopf voll nur innen. Oh mein Gott, schein, merci. Oder? Nein. Pfff, das wird wirklich gut drin. Oh, wie dumm. Ja, los, die sind schwer, die sind so einfach. Scheiße, nöt mich gekillt, Crit. Boah, schon eine Depresso, man, weil das ist einfach mein Day. Den hat auch schon genervt, wenn ich komme. Das ist schlecht. Nicht so, Malki, wir wollen dich ja holen. Komm, kampf, ne, tut kein wert, tut kein wert. Sie wollen vermeiden. Das stimmt. Boah, mein Gott, ich bin in die Presse gefahren. Ich muss mit meinen neuen Pulsflash kämpfen. Ich habe gestern auch dick viele neue Puls gefahren. Oh, den Puls kann ich auch kriegen. Muss ich da und Luke schießen? Ja, da könnte ein Ruf. Ah, nein, du hast den Puls gefahren. Ja. Okay, da ist schon kein Mängchen Wawas für dich. Dann, Läberreparierung. Ja, ich probiere noch den Hut kratzen. Ah, du hast den Puls gefangen und du kostet da. Nein, nicht den Dua Full. Nein, nein. Nein. Ich kann doch in einen Kursen, ich muss nur in einen Kursen. Nein, nein. Ich muss nur in einen Kursen. Bleib dran, bleib dran. Okay, ein Schnellukratz gefahren. Oh, nicht immer in den Kursen. Okay. So, muss ich gucken. Ich habe gestern. Ich habe doch gestern die Gefangenen vorstehen, Dolo. Ah, Dinos. Hi. Dinos. Dinos. Neu. Dick. Don't. Team. Do. Wieseln. Nisch. Full. Eris. Wawas wird dich gern. Für mich, wie er macht den Puls, wie er passt. Richtig döw. Nein, bist du ganz einfach, bei dir? Wauwass ich schon mal in der Kurssitzung. In der Kurssitzung hast du auch noch eine Kurssitzung, wie ein Ding ausgibling Siehst du auch noch ein完zt, wie ein Kurssitzung. Von dem Kurssitzung? Neu! Wisschen, das sind aber sehr gut, Frau es sind. Die Kurssitzung. Alle Formen, die Kurssitzung, die Kurssitzung. Ein bisschen, die Kurssitzung hat das Kurssitzung. Oh, Schub. Jetzt haben wir einen Rüsteln reparieren. Pinguinen kann einfach geschossen, Hörner. Pinguinen kann einfach geschossen. Nass sie nachsteck motiviert, schaufe. Naja, das ist, merci. Oh, ich fang die aufhören. Oh, ich fang die brutal viel Informationen, wenns du nimmer n TikTok guckst, gell? Ich fang so viel TikTok, ich wüsste schon einfach nimmer geguckt, wüsste gucke, wot, wot abgeht. Ach, du wüsste so viel Informationen gekriegt, gell? Ja, das ist eisig kral, kann ich. Okay. Tschüss, oh, nimmtschüss, oh. Und dann die Brasse oder Fahne? Mhm. Du warst depressiv. Ja. Ja, die spielen den. Den aus wie ich. Oh, Papa, wir waren heute Morgen in der Ballet-Troll, gell? Ja, aber. Und es ist hier so Squishmallow von Pikachu. Und sie hatten da die ganze Zeit, das letzte Jahr. Komm nicht dahin, hatten sie käme. Laufen nicht und rum. So stung dann eh so, ich wird der Käse, heisch. Und ich stehe da so, ich hatte noch einen anderen am Grab, wüsste. Und ich stehe da so, und ich gucke dann, und ich zum Worn, ich auch so. Wenn er mir die Warnschkriege drauf will. Während ich so mit Mengen Patsi am Grab schon wie so ein kleines Kaumstamm. Ich wollte mir schon mal einen Paw Patrol Karp, aber es sind bei einem anderen, die regeert gehen. Nee, er ist schon den Chase-Karp, den Polisant. Der Hauptcharakter. Ja, er ist schon den Dermatina, aber am liebsten. Guck, er ist den heute. Ah, aber wo fangen kann ich den? Den aus, ähm, Ach, ich habe da gerade gesessen. Bei mir ist nur ein Krebchen, weil ich es schon gemacht habe, der Chilie. Ah, ja, stimmt, den hast du auch bei mir auf der Karte, ich habe das Gesicht gesehen. Ah, und ich muss den besiegen. Genau, der ist, ähm, Ah, okay, okay. Der ist mega süß. Aber da kann ich schon mal, weil der Lavelle warst. Ist noch der Lavelle. Ich bin, äh, gestorben und ich habe die coole Neue gefahren, den Dorn. Wollt ich gucken. Ein Tuch-Tuch, oder? Ein Tuch-Tuch, okay? Der ist richtig cool. Ich meine, ich habe einen On-Moss-Off-Pfeilen. Und plus für aus denen, ich werde mehr levelt, äh, den hast du aufgekappt, weil neblich nicht stark genug sind. Dick Null. Und das, äh, eigentlich Level 24. Boah, Dick Null, natürlich wird da aufgestuft. Ja. Genauso wie hier, die Hände auch eigentlich nicht stark wie ich. Dick Null. Du hast gesagt, er ist wie eh bei, ähm, Looney-Tunes. Ihr sieht viel zu viel nur, Dingens aus, äh, wie das eh ein Pokémon. Oh, ne gut. Dem Trostler-Sing, Weiterentwicklung. Wissen du, nur dem, nur wem Katz anscheinend, ähm, also nur empfangen aus die Eich-Stimadoo-Kruten. Ja. Den, ähm, Pummeluf. Fünfhaften, ja. Aber nicht rasch. Der Räsch mit. Mit Sola wird, wo sehr den Pummeluf. Ich sehe, ich kenne Spitz, äh. Äh, kannst du mich schnell, als Schömming-Pfeiler machen? Und, äh, merci. Hunderttausend Pfeiler. Das haben wir einen ganz Trash-Rum durch an den. Weil ich gestorbe sind. Oh mein Gott. Das ist ja Fuh heu. Das ist ja alles leid. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, du sagst, du sagst, du sagst, ähm, Fixi und Kremis. Aber wenn sie an den Formsatz, die buddeln, äh, verdriebe viele Sachen aus. Was hat der Meriwürf? Ne, das sieht aus wie Twilpäcksen. Ah, okay. Die buddeln da, Sphäre raus, Wohl, Pfeiler, alles. Auf wie hier sind sie? Äh, den einen heißt Fixi. Okay. Und den anderen heißt Kremis. Die sind aus wie ein Evoli und die Fixi, die sind aus wie ein Twilpäcks. Den heutigen, der ist wie ein Pikachu. Ja, Reichu. Ja. Warte, ich gucke, ob wir die Nummer an den sehen, weil du müsst ja immer was schenken. Ah, Fixi-Hunisch. Mal genau, der Fixi, den musst du dann an den Formsatz setzen. Und Kremis-Hunisch auch. Kremis-Hunisch, voilà, und der setzt an den Form und die buddeln da alles raus. Okay, dann setzt man Stimme auf. Mega viel Sphären, ähm, Fasern, alles. Der hat kein praktisch Sinn. Ich schneid auch auf TikTok, weil du hätt eh nicht einfach mal feier Dinger durchgepackt. Den aus Rimmkommit war alles voll. Dann gehöne ich meinen depressiven raus. Und plötzlich bin ich den Fixi-Hunisch als Bus gefangen. Guck mal, hast du mal den dran, den musst du mir ja viel, äh, mehr viel. Äh, Fixi und Kremis. Ja, die schweiß einfahren den Dinger rum. Wohl, ne, ich mach den dort, den heute keine Schleiß, weil die mischen nicht viel. So. Äh, guck, seit ich schon so tun, hat er mir schon sieben eine Sphäre rausgebuddelt. Guck, wir grüßen meinen Fixi aus, weil er der Bus ist. Ah, pass mal, was hat den da noch alles so rausgebuddelt. Ah, den macht man alles, du schon, nee. Und du hast noch, guck, hier von denen seltenen Pauls gesinnen. Weil die sie so mega groß geschehen, wofür die noch mal. Und die blenden so, auf Kutsch gesetzt, äh. Now, now. So, die produzieren wir. Penguin, kannst du mir helfen? Merci. Geekersphären sind zwar mega praktisch, aber zu teuer in der Produktion. Ich freue mich auch, wie du den Dingern hinkrießt, denn, ähm, die fattern, äh, Mammut, äh. Den müssen wir deinen Giga-Sperr fanken. Ich habe schon lange gesehen, ich habe sie, wie steckt, du drauf geballert. Also, wo hast du, ähm, du schießt nie wie in den Karten auf eine Strecke. Ah, da hast du Lama, Lama habe ich auch durch Zufall gefunden. Wird nämlich irgendwann mal gefangen. Den hast du mega, Baba. Okay, komm, ich glaube, machkehre für du hin, hast du geholt, oder muss, komm, ich glaube, ich machkehre. Äh, machkehre kannst du nicht. Das ist nicht schlimm. Dann muss ich gucken, ob ich in Richtung geschlafen bin. Ich muss heulen, also. Oh, welchen Team hunde ich dabei? Ich will ein Team hunde, wo wir, äh, starker sind. Ich will ein Karten, ein Elefant. Ein Pikachu. Ich meine, ich will noch, ähm, ich andere Kursams im. Ich will mal Fuchs mit. Ich muss den Karten holen. Okay. Hm, du kannst hier schlauble. Entschuldigung. Über Bären. Was ist denn, weil du schon länger? Biss. Jetzt haben wir schon eine Menge Färfhund. Jetzt bin ich schon die richtige Schrift. Nein, doch. Ja. Ich schlauble, oder was? Ja, okay. Das ist nicht fair. Und dann... Da hinten. Sie sind irritiert, schießend, wo schien wir es. Gut geschafft. Was ist geil geschieht? Du hast es auch noch. Man, schau mal, Mammut, Mann, die Bief, das streue ich gerade gegen Menschen. Das wird zwar gut, wenn Dailo hier so platt machen, dass es noch reicht kommen, an den Motzen wollen. Weiter willst du nicht die Chance, weil Menschen... Ich gucke gerade nur, also geht zwar gerade gut still hoch. Er lebt fort. Guck, es ist noch. Oh, Foksi, geht fort. Ich habe ihn schon herangeholt, weil ich meine Dinge nicht gemacht habe. Jetzt hast du es auch geplant gemacht. Na, stürz ich noch so. Ich warte nicht vor auf. Oh, nee. Das ist ein Maschinen. Was wäre denn, du, deiner Wurrgeroll? Wird urtig selten, als sie von uns aus antiken Materialstücke. Das ist vielseitens vorne. Jetzt hängt der Rucki immer so, nee, ich war nicht gepumpt. Oh, du geht nicht, du sollst, wenn ich habe es geschehen. Level 35. Du hast den. Level 11. Was hast du gesagt, du musst viel hin und hier sprangen, gell? Ja, weil er greift durch den Eisstücke und ich da hin und ruflein. Ich fülle mich auch mit dem Allmengang. Und gehen jetzt nur, weil er hier Scheisse gibt. Kannst du mir eh eine Lass los machen, oder? Ja. Okay, wen gehst du, wo denn? Katz. Katz? Oh, Merch'n Katz mit dabei. Ich bin mit Fuß dabei. Jo, kannst probieren mit dem Fuß. Ich denke, mir beidefalls gechillt zu sein. Zum Andrück. Muss ich da noch fähren? Fannst du, der Befehl ist auf Utrecht, der greift dann automatisch unter einen Port. Ja, schon gesehen. Wer greift meine Dinge nun? Wer greift mehr? Ich brauchst meine Fuß und... Da! Hadi! Hadi! Er brandt, er brandt, er brandt! Nicht Fütte machen, ne? Ich denke, ich habe Angst, dass man da ist. Ich fülle Fütte machen. Ich fülle Fütte machen. Ich fülle Fütte machen. Und wer ist das? Oh mein Gott, ich fülle Fütte machen. Geil. War Chance, weil ich musste meinen Fuß zurückholen, weil sie hat den Ball dort gemacht. Dann hab ich so, nein, 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 da sind ich wohl fortgelaufen, das ist sauber, als ob ich das schieße. Oh, wie cool! Von Schleschen hab's freigeschalt. Nein, ne? Wär zu schön gewischt. Normalerweise kriegst du einen Furchtungspunkt. ... ... ... ... ... ... Ich hab' gut, ich grülle vielleicht und den Dingeln erinnert mich. Ah, Pollen soft. Du darfst doch hier erst bei Level 14. Okay. Ah, ich kann aber nur Brutkasten machen, oder das ist schön. Wow, an, an, nur kann ich irgendwie gucken, ob ich den 3 in jeden Fall nehmen kann, ne? Fürst du das, dass du schon dick viele Eise sammelst, weil du brauchst viel. Hm, wir sind schon schnell kreiter. Wie viel hast du denn, ich will halt Momoto einfach gerne holen willst du das einfach, ich will. Warte, wenn ich nur mein Fuchs hier spiele, weil da steht mein Fuchsi, der mega affektiv geht. Feier geht dein Elefant. Ja. Hm. Kann ich probieren. Ich war mega weit wasch grad. Ich bin ultra weit wasch. Ich war so gut wie guck ihr Schuh hat. Obwohl war Feuer hier im Schuh hat mich nicht das... Ah, schon das Füße. Oh, Fuxi! Ich bin dann irgendwie auch gekeilt. Ah, das ist mal ein schweres Damage. Hm, 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 hm. Ich will in der Bad Busch mal selbst die Gurt gehen damit. Ich will in der Bad Busch. Meiner ist auch gekeilt. Vielleicht wollen ich auf sein Bauchscheiße. Hm. Hm. Kann ich noch einen anderen Pol rufen? Ja, du kannst jetzt direkt rufen. Nein, das wird genau. Hey, Wun! Oh mein Gott, was eng im Schrot wird so einer Plot gemacht. Ja. Alle wunsch denen du Pockegeil. Da klappt nicht mal überhaupt Schöne. Auf jeden Fall musst du doch mehr Damage. Auf jeden Fall nicht. Ach, scheiße. Du hast mal ne Trondogel auf der Panne. Weil du schon gleich kein Ding am Main. Ja. Ja. Ich denke, für den Durf Rackzimmer, brauche ich mir 7000 Pfeiler. Das trifft mir voll nett. Ja. Genau. Meine Güten. Auf jeden Fall nicht bechangen. Ich bin schnell. Was für den Nutzen, leid, nicht einfach. Ich bin jetzt einfach, Lachen. Ich bin bereit bereit. Ich bin ein paar Gebegegegegegege. Ich meine, der hat sich fast gebuckt. Ich weiß nicht, ich habe einen Ballasher. Ich war ein Damage von ihm. Wo ist der Kopfschmerz und du missst mich? Zwei. Zwei. Mein Brand. Ich krieg 23 Damage. Verbrannen. Ich liebe ein Führungmenge und geile. Ich krieg mich nicht. Was ist der ja das? Ich hoffe eine Frenze nachher. Ich hoffe eine Frenze nachher. Ich bin meiner Frenze nachher. Ich bin der Frenze nachher und habe eine Frenze nachher. Ich kriege mich zuerst. Ja, ein Brand. Ich bin der Frenze nachher. Da ist ein Frenze nachher. ist schon ein guter platz und so bewegt sich probiert und das ist der feier das ist einfach zu stark das ist einfach zu stark ich bin voll riesgo was ist das? ein Niedving ich hab gut von dir noch nie verbrannt okay schöner feiern noch tristisch feuer der zahl ist ein Taubseal ein Tauburg ein Tauburg oh mein Gott ist die vergleichbar schuldig noch mal das kann ich da nicht der Ball geht nicht auf hier ah komm bitte 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 das ist ein Tauburg das ist ein Tauburg das ist ein Tauburg komm mach weiter wir gleich tolschend ich hab noch den Indor ich hab noch den Indor Was ist das Nox? 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 Ich muss ihn nicht mehr schütteln. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. Ich fülle gerade rein. Ja, offline. Ich hab's nicht gefeuert. Wie lange hat er gespürt? Ich kann nicht gefeuert. Ich hab's 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 nicht gefeuert. Und... Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. gefeuert. Ich beatrasse und gefe, ich hab's nicht gefeuert. weil der cooler aç 꺼� більig. Das ist ja mega süß, die große Wurste. Winnie, kommst du mit dem heute? Oh ja, guckst du wie süß denn. Und vielleicht schon mal rein. Okay. Natürlich haben wir noch gezwungen zu hiermit, ja? Merde. Halt spohlen. denn hier ist so die krit für den ehem für mal blühen ja müsste unter furcht schon freischaut und das war ihr von der frage zwischen armee ist schon hier aber noch gefahren hat den du musst in der furcht schon freischauten die meisten mal was lo freisen es ist hier ist hier und das gesinnen Stimmt. Neee, zaubert mir schon gut. Ah du, stimmt. Level 13 reicht. Okay. Brauch noch einen Nacken. Neee. Ich bin ganz froh, so für neue Steuze gehen. Oh, was ist da gerade geschickt? Nee, mit mir. Ich habe bewassert. Das ist ein Wohlpecks in den Herzen. Das ist ein Wohlpecks in den Herzen. Und alle Farben. Nee, nee, dann für die Feier. Okay. Ich schlafe noch mal für die Feier. Wie viel holst du dir heu gemacht? 307. Bra... Wie du brennst. Das hast du schon bewusst, gell? Da hast du echt Feier gelaufen. Du dann. Guck mal hin an, was du ein bisschen dumm hast. Ich brauche einen Feier. Ich geh mir mal neue Feier machen. Ich bin so viel verschwandler. Na, ich auch. Wenn's den blöde Scheiß da... Du hast den Kritt? Leider nicht. Ich nicht mehr ich Kritt. Du hast den Kritt gemacht. Ah, guck. Ah, guck. Dann ist das für mich spät. Dann ist das für mich spät. Giftpfeile. Ich bleib mal Giftpfeile. ... ... ... Du siehst Stress mit mir? Die Giftpfeile brauchen hier mehr, oder? Boah, du musst halt schon... Na guck, wir werden schon mal gestopft. Bisschen. Oder sind wir zu traurig, als du siehst. Oh, sie packen sich hier eher selber rum, ne? Das ist aber der Tour satt. Ich brauche sie nicht so spielen, Paul-Wald, Paul-Wald, Paul-Wald. Ich meine, die waren nicht drauf gefasst, dass sie viele Leute anspielen wollen. Ne. Ne, 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 ne. Die Leute denken ja schon, dass Pokémon sich gespielen gegen Amerschein, also Sony. Nein. Aber ein bisschen, Leute kaufen trotzdem auch darüber Pokémon-Spieler. Leute, die seit Jahren Pokémon-Spieler sind, werden nur nicht mehr so, und ich kaufen keine Pokémon, nein. Nein. Ich weiß. Ja, das ist so, dass Paul im Team ausgehungert. Reageier wollen nicht mehr. Ich weiß. Hör auf jeden Fall. Hör auf jeden Fall. Hör auf jeden Fall. Ich weiß, bei dir sind wir im Konzentrationslager, wir wollen nicht mehr. Hör auf jeden Fall. Ich weiß, wie ein Paul im Team ist ausgehungert. Wir nehmen sogar Knochenbruch. Bappo! Ja, da ist die Niese, wo die Kappel durchschlägt. Ja, trotzdem. Komm mal dich doch um den Polz. Guck an, da geht die Schlofe, wenn Paul du noch immer fette Knochen rufst. Ja, da ist die Bappo. Wehe, wie da hat mir die Tinn aus? Na, da... Da geh in den Soften, dann hol dein Arne rein. Ich mag nicht tauschen, nur raus, weil neben dich hin wird die Klang schon in den Kopf gebrochen. Ich mein nur rausgetauscht, mich schon mal nicht in den Soften. Hm... Nicht nur rein. Ja. Aber nicht in den Soften, Bappo. Ja, guck. Du musst mich strengen. Ja. Das lebt hier in den Soften nicht, wa? Ich kann gestern, ich will sehen, wie ich es schafft, wenn es lebt. Du musst mich strengen. Ich schaff halt gehen. Wir sind da nicht praktisch. Ich muss dein Bergbau. Wer ist das? Ja. Direkt. Ich muss Bergbau vonerst. Du. Fort. Du. Run. Bief. Bergbau. Alle, ab. Tschick, 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 tschick. Ich hab mir das nie rausgegeben. Ich hab mir das nie rausgegeben. Ich hab mir die Rektuiner. Haha. Haha. Nies. Hey, nicht sieh man halt. Und der Bambi schnäbt sich der Kopf halt direkt, dann ist schon halt gestehn. Haha. Haha. Fiel mich streng, Martina. Nimm gut. Haha. Haha. Du hast halt die Rektuiner gelaufen, gell? Päckchen. Fäiler mir mal, ne? Was ist mein Fuß? Wo ist mein Fuß? Über. Wientes ist das hier? Oh. 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 Okay. Oh. 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 O. Oh. Geh, schaff'n. Ich weiß es dir, wenn sie ihn feilen, also... Das lief halt nicht so, wie ich es schon gerne hatte. Ja. Woa, WTF, Mann? Das will ich steigen, du darfst nicht decken. Ich kann 1874 Feierabend hier stehen. Ich kann da... 120, ich weiß nicht. Du warst so ein Fixer. Ich habe den Hals in den Mund, wenn ich gucke. Ich kann schon hinterher, ob mein Mann nicht lehren. Das sind die Knöpschen auf der Lange. Ich hab mal bis die Kiddie-Bull heiggetrunken. Äh... Ich hab Kiddie-Bull an der Dose gefunden. Ja, ob's gut ist. Ja, ob's gut ist. Ich hab' den Pägguin hilft mir ein bisschen. Wann, sag's in Russisch. Kannst du ihn? Ist doch, hänt, wenn du die Knöpschen musst du ihn drücken. Ich freu mich schon nicht endlich, ich bin nicht Schusswaffen. Hallo? 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 Wie verarscht denn? Ja? Was machst du denn, Stefan? Ich will so Brut kosten, Mann. Stange! Türlöscht! Stange! Stange! Ach stimmt! Was kann das Mengen ihres, den weil ein Sturm gebraucht wird? Und von der fucking Sturm, Papa! Ein B kommt, ganz neut, der ja warte schnell zu tun. Ich hätte bestimmt in dein Lüsch gemacht, was für Dinge du fangen musst, für durchzukommen. Ui! Wieso? Das ist mega schön, die Filzchen. Ah ja. Was hat das? Was vermischt sie? Pluckt sie? Das ist ein Elektrofilchen. Cool! Ja, also beim Homestern ist es wie bei der SS, ne? Was labisch du? Ist nicht die SS! Sit! Wir sind ein Arbeitslager! Ja, das macht toll, ja. Wir haben keine Zeit zu chillen. Arbeit macht frei! Wir wollen der Allerbeste werden! Zwischen mal Pokémon! Guck, mein Penguin müsst mich voll da. Bippo ist noch viel schlimmer, Mann! Bippo ist echt wie im... im Ding... Beppo ist bei den Ukrainer. Ich weiß auch nicht, ob das was für mich ist. Ey, was machst du? Geh ich shopfen. Guck, guck, guck. Er hat gechillt und Beppo sagt zu ihm eh gearbeiten. Er hat nur gechillt. Beppo ist sofort gearbeiten. Nein, das ist Wulpex. Wulpex? Sag dir nicht mal Schnauze, das wurde da hingeschmissen. Beppo, an welchem Tisch kann ich den Brutkasten machen? Ähm, ich glaube... All? Ne, ich glaube hier am Werkzeugstisch. Ich krieg den gar nicht angezeigt, obwohl ich ihn freigeschaltet habe. Wenn ich mein Pigwin, komm mal weiter. Wird nicht gegessen. Hast du ne freigeschalt, Babbo, und ich könnte nicht du gewesen, gell? Hm. Bauwerk, antike Technologie. Ach nee, du musst bauen, am Baumodus. Ah, merci. So weit hat es schnell überlöst. Merci. Ich brauche... Ja. Ich brauche Stein. Ja, aber das können die Leute. Was ist das für mich? Hier wird mir nicht schnell genug gebaut. Oha, Bapo! Ich brauche es an. Ich brauche es an. Ich brauche es an. Oha, Bapo! Ich brauche es an. Oha... Wauw, Bapo! Ich brauche es an. Nein, das bauen wir auch gerade mein Ehr auf. Okay, das ist aber... Mh, ja... Stimmt, ich muss äh, mein Dinger machen. Mai, oh Mai! Reif viele Stangen! Öp, 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 öp! Mein Ehr küscht! Mai, oh Mai, oh Mai! Kommand, Rudi! Schäfchen! Melki? Hä? Äh, du kannst von uns. Also, die von uns, das... Das ist so Pokémon, kannst du irgendeinen anderen. Ja. Ja. Aber mal nicht, das sind mir cool mit den Pols. Mal, das ist echt schon, ne? Ja. Mich ging dann nicht mal, das ist dämlich. Ich brauch Steine, arbeite schneller. Geil, schoffen. Alter! Oh! Alter! Hier fehlen Steine. Hier fehlen Steine. Hier fehlen Steine. Bruder, mach doch mal hinne hier. Ja, aber das... Wo ist auch die Sache noch nicht, von mir ist das wundert mich. Anscheinend haben sie mit denen geredet, bevor das Spiel rausgekommen ist. Ja. Wo stelle ich dir jetzt den scheiß Brutkasten noch hin? Nein. Na ja! Ja. 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 Da war die Worte malin. Ja. Hier ist die Worte. Ja. Ich habe das, was gerade mal hin. Wie? Ich habe keinen Stuft mehr. Was hast du da umher, also was hast du drum gebaut? Du sagst von einem Holzwand gebaut drum, geil? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo ich meine Brut kaufte, soll ich hier steilen. Ich wollte ja nicht so Obst steuern, wo bist du? Du kannst ja nicht hier schon von einem Knacklacken. Wolltest du den so aufsteuern? Ich würde den halt gucken, hier finden die Brutte aussteuern. Ah, okay, dann mach ich doch mal rein. Das war nehmisch wenig früh. Weil du schon nehmisch eine mega schöne Deko hast. Ah, okay, vielleicht kann ich den eben schon rausstellen. Ja. Irgendwie soll den absteuern. Guck was, wie viel Platz braucht's ja. Watt für ein Objekt da hinten. Wirklich alt ist ja. Kavin soll auch Pol-Wall spielen. Nee, die Kavin sieht gerade die ganze Zeit hier wohl kein Pol-Wall spielen, weil das nicht so dran. Da könnte noch. Ja. Ein Ausnitzer rein. Ich muss mit dem wette, wenn er die nächsten drei Matcher gewinnt, brauche ich kein Pol-Wall ruft zu werden. Wenn die Box muss nicht ruft werden. Ich überlege gerade, wo ich mein Brutkosten nicht da bekomme. Ja. 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 Ich bin ein entspannte Jojo, aber es nicht fällt. Ja, mein, interessiert ihn halt einfach gerne. Kevin? Ja. Ich bin in der Bappel-Sitze, soll ich ein Smart-Spiel nicht. Das ist wahr. Ob was? Nee. Nee, ich hab nicht bekommen. Ja, ich meine, dass Pokémon sich da wegkommen und blockieren. Ja. Ich meine wirklich, dass Pokémon sich da wegschwann anschalten. Ich weiß nicht, warum kann man das? Also der Bom-Modus ist scheiße im Spiel. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das sagt jeder. Das ist absolut scheiße. Willst du kommen? Achso, die. Oh, ich brenne! Nein, ich brenne! Oh Mann! Wieso? Keine Ahnung, ich renne immer wie so ein Beklopter durchs Feuer. Wie dumm ich einfach nur bin, ne? Wer hat die Schleisterpfeuer in den Donneck? Keine Ahnung, weil es süpisch da aussieht. Wieso laufe ich immer dumm durch? Nichts läuft. Ja, ich weiß nicht, wie ein Kaps und rumbaue, weil die Menge Bezos ist mega open. Merkst du Schuf, dass du mal Gold vorst? Biden ist, er da rein. Gut, Schuf. Penguin, das höchst nicht, weil Schufgut schafft, dass du mit Schufgut schaffst. Komm mal hin, Geron nimm dich. Also meine Pols pennen auch nicht von hier draußen. Wohl, der hat da so für sich geschwürfen. Wer war wohl kein Feuer gemacht, der Penguin. Alter, du bist da nicht gut, wo du gerade bist. Geh weg! Mein Pol, pann trieft das Schlachtal, Mann. Pannst du nicht bewegen? Nee, ne? Boah, der wird schwer, das ist für uns das schwere, von schon. Oh, meine Sutter jetzt, das ist mega geil. Und der für einen Pfeiler. Ja, du machst doch wohl die Reise. Der hat einen nützlichen Tipp. Mega geil. Aber gut, ähm, ich habe Hunger. Ich meine, ich muss essen, und von hinten kann ich essen. Ja, stimmt. Ja, anscheinend, anscheinend sind das einer der tödlichsten Mops von seinen PCs. Was? Ein Mops? Du hast mich so genervt, du kleines Hurenkind, jetzt. Ich guck doch an, dass ich immer den Pfeil des neuen Schlaf, wenn wir nicht stellen. Ja, die Kaffee noch von voller Sengen denken sollen. Woher? Der W.O.W. Der W.O.W. Der W.O.W. spielt. Der war aber nicht. Weißt du, warum sie dich schnell am Griff vor ist? Ach, schon mal so am Griff? Ne, nicht? Ah, du hast keinen Kaffee für Hina gebaut, ne? Mhm. Der süß am Punkt. Dann hast du bei mir überlappt ein anderes. Oder muss ich mich schon irgendwie hinstellen? Du musst es speziell hinstellen, also es geht nicht mehr an einen bestimmten Winkel. Da muss ich den Winkel nach vorne. Ja. Wo ist der Winkel? Wo ist der Winkel? Ist schon Trappen absichtlich gemacht, wenn wir das Polsch besser ruckkommen. War ja, ich muss da doch mal, ich fand das mehr cool. Ich bin fast dabei, eben. Der hat sich so gut auf sich gefreut. Ich bin froh, wenn du den Pol-Box weiter ausbaust, ob es da ist und von noch mehr größten Areal kannst du ausbauen. Ja, die machen so gut, 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 gut. Du musst ihn schon bald, weil nämlich, ich holen zwei Stellen dran und die enthält schon die grüßende Elfen in der Platz. Ja. Hier ist nicht wie ich die Trappe gemacht habe, ja. Da ist der wegste Winkel von mir. Wenn du rüber beschwerst, schüttere Hinsicht. Wir wollen. Ganz am Anfang von, ähm, Fortnite war da dynamisch das Problem. Ja, du wärst einfach aufwarten, denke ich mal so, ne? Am Anfang bei Fortnite war dick schlimm viel zu bauen. Ja, du holst einen Killsteig, ob der da noch gepasst. Also, der Tischdürf Grab, Grab ist hier bei dir auch rum wohl. Genau. Falsch gemeint hat das nicht hin und hier. Die Menü. Aber wie weit war's, kommst du nicht, geh in die Schlacht. Ja. 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 Weil du nicht ohne Platz hast, warum du dein Winkel hast, wenn du der Trappler hast. Ähm, du musst wirklich mit mir gucken, wenn ich zum Beispiel noch einen Trappgift machen. Ich habe hier eine Windel hinein. Ich schaue. So, das ist dann auch hier rot bei mir. Ja, ja. Schaue, du hast es. Du hast es nicht. Ah, bei mir nicht. Ich habe genau das gemacht, wie es hier oben ist. Ja, da ist es nicht. Ich habe es nicht. Irgendwann geht es vielleicht los. Ja. Ja. Probier ein bisschen so runter zu laufen über Dingens. Aber wenn es ein Blu gibt, dann probier die Position runter zu finden. Hm. Okay. Eine Seite vorwärts. Was fehlt bei mir? Vielleicht hast du die Bude nicht gerade ideal bei dir. Kann noch sehen. Mal. Ja, das geht wie lange, Bade heißt. Das ist ein utilizz作ier. Mal. Mal. Ich hatte denfrag und rumpf gerade gelegt. Was ist das mit ihr? Ob diese rumpf parecer sind. Ja, Leute. ist nicht schlimm so was mein brotkasten ist fertig und das hat kein e4 an drei einsätze okay und da sitzt er dann versuchte dran alle kommen ange diana diana pols die so und rum sie sie permanent bei mir hat das gehen den hat um holz aus seiner dinge nimmeln Nimm mal Fixchen, also hier gesteuert, ne? Du hattest mega viel. Wacht, Papa, ich bin im Geruch. Jo. Wacht, Papa, ich bin im Geruch. Hah! Okay. 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 Here we are. That's good. Here we are. I'm going to go with it. I'm going to go with it. I'm going to go with it. Sehr gut. Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. Vielen Dank. 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 Auf jeden Fall sind wir auch fertig. Wunderbar. Wie lange braucht mein E noch? Noch vier Minuten, Gott sei Dank. Gut geschafft. Nee. Nichts. Nichts. Wunderbar. 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 Geh'r 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 Oh jeee. Boah, das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest, da tut ich keinen Schnitt hin. Das ist ein Level 1 und Rest. Das sind Spook von den Seelen, die brauche ich. Das sind Spook von den Seelen, die brauche ich. Das sind Spook von den Seelen, die brauche ich. Das sind Spook von den Seelen, die brauche ich. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Was? Oh, no. Babu? Ja? Es ist die gleiche Richtung da, gell? Okay, Stress. Ich bin so süß, bescheuert und aus dem Leben nicht sowieso. Und dann komm schon. Calvin, Schwarzmutter. Hi, Calvin. Grüß Sie, Calvin. Hast du den Babu? Hi, Calvin. Hi, Calvin. Hallo. Hey, und schüttlich. Ich muss die V laufen. Dann muss ich die V laufen. Das ist ein Knopf, wo die Knöpfe noch mal weg ist, sonst liegt das niemand. Ja, hat schon gesehen. Ein Stoffer der Glöpfe noch nicht. Die Stoffer sind wieder in die Flüge. Und das ist ein Knopf, die wir hier in der Flüge öffnen. Die Flüge schreitern. Die Flüge ist jetzt in der Flüge. Die Flüge ist jetzt in der Flüge. Und das ist ein Knopf, wie die Flüge ist. Die Flüge ist in der Flüge. Oh fuck Wee! Das ist ein Einmal. Das ist ein Das ist ein Das ist ein So, seit Kaffeech bist du gerade so gefeiert. Schöner. Weißt du, ich war in der anderen Wohnzimmer. Und ich duscht so. Weißt du, ich hatte die Tür ab. Und ich gehe auf die Toilette. Und du könntest Kaffeein. Und ich so, nee, nee. Läuft die Pause. Ich verdroh'n das gar nicht. Was ist das für das Problem? Die Menge Kamm. Eigentlich was wirst du. Die Menge Kammwurst, ne? Nee, weil den, den, ähm, den Johnny hat auch gerufen. Haha. Hey, ne, wir sind sieben Stunden. Ah, ne, Schluss. Ja. Ja. Hey, wo ist die Kammwurst? Oh. Ah. Ich denke, ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ich bin so schnell, ich bin so schnell. Musik Zugang. Und ich gehe nicht mehr. Ich bin so schnell, ich sage euch yaselig. Ichanti mal, wenn ich acceleration kohe. Ich glaube, sie installiert den 5G. Okay. Hört mich stehen, hätt meinen ganzen Autofokus rumgefängt. Ist jetzt schlimm. Wenn wir los mit dem Kamm ein bisschen zedeichter... ... bin ich falsch. Hm. Schöne Marcel geschrien, wenn ihr ihn antwortet. Okay. Da kann ich doch nicht an dem Ding in der Bearbeitung. Schon Römsäule will der Risse spüren. Ja, Mensch kann mir die Kamera nicht mehr bearbeiten. Kann man... ... Ich probiere meine Kamera mit Halt zu machen, gell? Guck, guck, das ist mega dein Stoff. Geh ne Schau hin, mal Programm. Und dann... Guck, und dann will ich das andere rein, und dann lächst mir da die Zunge. Manche aber neuen Dingen. So. Dann guck, da geht's ja nicht so flüssig. Da sieht so viel mir gedingend aus, weißt du? Guck, wie sie sich nur bewegt, ne? Und ein Heu. Und ein Heu. Das heißt, das ist krass nicht erschütter. Ja. Und Heu kann ich gut nicht bearbeiten, weil das Ängste ist... Weil Heu das Problem... Und ein Heu ist schon mal. Und ein Heu ist schon mal. Das ist halt ein Problem. Und ich soll auch Heu nicht mehr da. Und ein Heu sind zu teister. Wenn ich aber auch Heu hier gehen... Und so Heu nicht heu machen, das sieht nicht gut aus. Guck. Oh, was ist denn noch hin? Was ist denn noch hin? Scheiße, heute in einem Boot. Weil er guckt, wirst du nicht um die Halle, fängt der Dicke zu gucken, sonst hast du sie von nicht. Deswegen guck innen. Deswegen voll schall. Mal die Mulan-Couvern-Skill. Das ist Rhone-Button. Süße Rhone-Button. Schon gesagt. Das ist auch ein extrem guter. Guck ihn, wie der muss man... Wie der muss man... Wie der muss man... Verschossen aus. Ich schacke nicht. Ich bin absolut nice geahne. Mir ist das mir aufgefallen, dass du nicht... Flüssig schläfst. Vielleicht müssen wir den Driver neu installieren. Guck, guck. Nicht den Fokus irgendwie auch gemacht. Ich will da nicht wie so... Ja, mir lebt es einfach nicht so gut. Oh ja. Ich fand die schrecklich. Das ist mir gestorben gefallt, dass der wirklich nicht so gut lebt. Ich hab mich nicht so gut sehen. Ich hab mich ganz verhungert. Nein. Nein, ich geh es. Nein, weil ich... Es wird mir ja... Mein Kamerator ist irgendwie komplett verstanden. Ich weiß nicht, wo es ein Problem ist. Guck, du geht gut nicht. Ich geh doch mal in den Oberst nicht mehr. Lieben. Guck. 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 Ich konnte das... Ich... Ich konnte das halt immer verbessern. Nee. Das durfte Streaming-Dinge nur. Ja, die lucht aus. Die lucht, dass du sowieso kriegst du Schmuggi den Durf. Guck. Ich konnte das immer bearbeiten. Mir lohne mich. Nein. Mach die Sachen. Halt Fokus. Wo geht's aber flüssig? Was ist der Halt? Was ist der Halt? Was ist der Halt? Was ist der Halt? Ja, du weinst. Und gib mal richtig absack, weil... Die kam so auf weg. So geht das. So geht das. So geht das. Okay, okay. Aber du musst den Autofokus ausziehen. Schöner Papa. Du weißt gut, wie ob du den Fokus so ausmahl. Wenn du sie nicht schmecken, halt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist moving. Ja, ist besser. Wow, das ist integriert. Und der geht flüssig. Und der geht flüssig. Ja. Hebel? Guck. Ich schenke Wüstelgold. Ja. Du musst gerade im Krippieren sind am Spiel. Ja, ausgehungert. Kann ich sterben, weil ich ausgehungert sind? Ne, du gefällst ob eh ein HP. Ja. So, manchmal noch unten. Du musst jetzt nur einen kleinen Ticken. Du musst jetzt nur einen kleinen Ticken. leiser reden. Leiser reden. Jetzt muss ich mein Mikro leiser stellen. Das wird echt sein für ein neues Mikro. Ich hab das ein bisschen angegriffen. Das Risiko. Aber ich ging dir riesig fahren. ich weiß es nicht weil ich nicht gucke da langer wird von rudel menschen ich werde angehe sie sollen an wo sind sie aber meine pols greifen noch jetzt an normalerweise normalerweise ja oder normalerweise ja oh mein gott das sind schon alle tot macht sie kaputt wow das war schnell nein ich sterbe ich wusste es oh mein gott das war echt schnell weggefickt weggefickt warte kurz ich hab beppos ich will beppos stream groß haben warum bist du nackt beppo weil ich gestorben bin das kam jetzt vielleicht falsch rüber im stream beppo warum bist du nackt wieso liegt das stroh warum hast du ne maske auf alter der hat einfach 16 pols fern darüber geschlecht mein oh mein komplett verrückt es ist voll scheiße wie ich gestorben bin was hast du gemacht im wasser oder was ja ich wollte auf eine neue stelle kommen und ich hab nicht gesehen dass da kein ufer war der überfrisst sich aber dann hör doch auf zu essen hör auf bruder das ist ein laborator hör auf pfui was mach ich dass er aufhört zu essen schräge der bruder überfrisst sich da sie hat das licht was ist denn da sie hat du konzert sei es ausprobieren sobald sich einer davon weiß und mehr klärt sie da sie okay das war ein neues pokémon ok man ich glaube ich habe noch das ist immer noch mal jetzt auf hör auf hör auf hör auf na ja jetzt geht er weiter essen hör doch auf er wird sterben Wird er sterben? Keine Ahnung. Ich brauch den. Sag mal, geht's dir zu gut? Ich nehm den Bruder alles weg. Was machst du jetzt? Na? Er ist hungrig. Warum? Er überfrisst sich doch. Der hungrige Hugo. Naja, und jetzt? Der Paul isst vor Stress so viel. Was für ein Stress? Weil wir jetzt angegriffen wurden. Ja, du musst aufhören. Oh, ich hab dir jetzt alles weggenommen. Sag nicht so, der hat ihm einfach das Essen weggenommen. Nein, Süßer, ich stell dir kein Essen mehr dahin. Nö. Du isst deinen Brüdern das ganze Essen weg. Dir ist das sowas von egal? Nein, du kriegst nichts zu essen von mir. Ist aber krass, was diese beiden Wullpacks-Dinger da ausbuddeln. Nö. Der will immer noch essen. Nö. Er wird sich beim Amt beschweren, dass du ihn nicht fütterst. Soll ich beschweren, weil... Soll ich beschweren, weil... Bringe einem Paul damit Schlammschluss bei... Jetzt läuft er mir hinterher, weil er Hunger hat. Nein! Geht weg! Geht weg! Alter, ich muss halt echt was um meine Base bauen, weil ich hab ständig Besuch. Ich habe zu viel Blut. Ich habe zu viel Blut. Heute. Und ich brenne wieder. Wett wo ich brenne wieder. Ich bin ständig am Brennen. Okay. Okay. Also. Er hat hier ultra viel zusammengelootert. Das nehme ich schon mal mit. In die richtige Kiste, bitte. Hör auf! Nimm einfach alles mit. Guck so. Nimm einfach alles mit. Nimm einfach ganz einfach. Nimm einfach einfach. Nimm einfach alles mit. Zinte. Zinte. Er hat jetzt auch schon mal... ...und ich bin abbast. Und ich bin entspannt jetzt! Jetzt mache das so. Nimm einfach. Zurück. Und ich bin einfach. Ja, jetzt habt ihr alle Hunger. Das ist, weil er alles weggegessen hat. Weil der andere alles weggegessen hat. Ja. Ich habe jetzt echt Angst, wenn ich jetzt wieder dafür was hinmache. Ähm, okay. Ich versuche jetzt irgendwie eine kleine Mauer. Ja, ihr habt alle Hunger, weil er alles wegfrisst. Das fette Stück. Ne, ich will aber keine 100 Eier machen. Oh. Ah! Wie er neben mir steht, weil er was essen will. Der kleine Penner. Obsidiankrater bin ich schätzt. Nein, du musst aufhören, so viel zu essen. Das ist echt ungesund für dich. Guck, wie fett der schon ist. Es ist echt ungesund, dass du so viel isst. Was mache ich denn jetzt, wenn der Bruder sich so überfrisst? Dann musst du ihn einsperren. Die kommen jetzt alle hier hin und er isst denen alles weg. Wie, kein Platz im Inventer. Das brauche ich nicht. Und Steine brauche ich auch keine. Ja, ist immer noch. Eine Terrasphäre, was ist das denn? Die Terrasphäre, ein Hilfsmittel, mit dem sich Pols fangen lassen. Damit ist auch der Fangtuch aus starker Pols möglich. Okay. Alter, du kommst in meine Bude. Yes. Ich habe eine neue Sphärenform gefunden. Fanggeschick. Roter, äh, roter Pokéball. Ja, durchaus starker Pols möglich. Ich habe dein Stream hier über meinem Laufen. Ah, da ist der Teleporter. Sehr schön. Oh. Oh mein Gott, mein Elch hat den in die nächste Dimension, äh, mein Elch. Mein Hirsch hat den in die nächste Dimension geschossen. Okay, komm, wir machen jetzt mal einen kleinen Baumodus, okay. Irgendwie ist die Gegend hier unheimlich. Ich glaube, ich muss die Steine hier zuerst loswerden. Dieser Pol scheint bedrückt zu sein. Ja, nachdem er 100 Eier gegessen hat, kann ich mir das vorstellen. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Es ist ein bisschen dunkel da, wo du bist. Das ist voll komisch. Es sind so komische Felsformationen mit komischen Zeugern. Geht der auch weg? Ich habe eine Kiste. Warte, wenn ich ihn vielleicht rauslasse. Das ist eine Kiste. Geil. Hast du immer noch Hunger? Nein, nein, das ist keine Kiste. Das ist... Du hast mich jetzt an deiner Schriftbrüche geschickt an den Tag 29. Geht's dir jetzt besser? Na ja, er ist immer noch bedrückt. Ich kann dir einen Pilz geben, wenn du willst. Mittelgröße Pols hier. Und ich finde es komisch, dass ich hier keinen Pols finde. Hast du eine Benachrichtigung gekriegt auf deinem Handy? Dass ich online gegangen bin? Auf Twitch? Auf Twitch? Okay. Nicht über Discord meine ich. Alter, Waffenbruch. Waffenbruch. Könnte es mir auch helfen, anstatt hier so daneben zu stehen und einfach nur schön auszusehen? Er ist süß. Ja, okay, aber er steht hier so wie ein Dulli neben mir. Ich glaube, du musst nie wieder eine Sphäre alleine machen hier. Die bringen dir ja übertonnenweise einfach. Oh, ich habe ein neues Dorf gefunden. Und ein böses Ding. Hast du immer noch Hunger? Lauft ihr mir deswegen hinterher, weil ihr Hunger habt? Oh, ich habe nichts zu essen für euch. Was verkaufen die Händel denn hier? Hier, dann geh essen. Ich habe noch ein Pokémon oder was auch immer. Ein Fudler. Ein Schummler. Ein Fudler. Der verkauft Samen, aber nicht diese Samen, die ich brauche. Ich glaube, er ist endlich satt gegessen, der Bruder. Kim, guck mal, wie teuer hier Medizin kostet. Oh mein Gott, 10.000. Gefügigkeitsdroge, aha. Aha. Aber er ist, ein Paul ist krank. Nein, er ist krank. Gefügigkeits... Oh nein, er muss getötet werden. Hier ist man krank, dann wird man getötet. Nerv. Was anderes, anderes kann ich leider nicht machen. Einschläge. Töten, also krank ist sofort töten. Dann kommen dann die, äh... Uh, das ist gut. Feuer feste Unterwäsche. Hm. Ah, eine Pflanze. Dann kommen denn die Steinmauern. Oh, die kommen ja erst spät, wa? Ja, das heißt, ich muss egal wie hier, ne? Ne Wand bauen. Ich überlege. Ich hasse es zu bauen. Ich hasse es. Ich bin einfach zu befeuert dafür. Das heißt, Pippo, wenn ich das richtig verstehe, die Holzmauer, die du gebaut hast, das ist eine Holzwand. Ja. Das heißt, ich muss überall ein Fundament legen und auf dieses Fundament draufbauen. Genau. Ach, leck mich fett. Ich muss so viel umbauen. Richtig blond. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen döf. Dann muss ich diese Sachen... Okay, das ist jetzt übertrieben scheiße. Hi, Johnny. Das ist jetzt übertrieben scheiße. Wenn ich das jetzt so rüber ziehe. Bis hier hin. Und dann hier. Okay, ich hab neue Kleider. Yeeeh. Wo kann ich das hier mitzunehmen? Oh, sexy. Was hat der? Ah, dat war falsch. Ups. Hm. Alter, die Leiche hier nervt mich. Wer ist hungrig? Dann geh was essen, anstatt dass du da in der Ecke rumholst. Ähm, Hilfe? Das ist ein Level 36, Vogel. Mit dem lege ich mich nicht an. Ich hab grad echt so ein Blackout, wie ich baue und so. Ich glaub ohne Scheiß, ich nehm das alles weg. Warte, ich geh schlafen, weil es muss hell sein. Wow, der sieht richtig cool aus, dieser Paul. Der ist Level 35. Der sieht aus wie ein bisschen. Wah, scheiße. Der ist, der Obo jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Mexika. Das war nicht. Wow. Das ist nicht vor Anlagen. Wo ist das denn wie ein Angriff, bitte? Alter, mir wurde er versuchten, dir den Arsch. Wow. Wo kommt Feuer her? Wo kommt die denn her? Lauf, 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 lauf. Ich glaub, ich glaub, die gehören alle zusammen. Nein, lass mich in Ruhe, ihr Psychopathen. Also, Kiddies, wir müssten hier ein bisschen umbauen, okay? und wir müssen das ja alles an einem Tag machen. Also, mein Schatz, es tut mir leid. Deine Aufgabe ist vorbei. Ich bin hier an einem Ort, wo alles über 30 ist. Ja, dann bist du zu weit gegangen, glaubst du nicht? Ist. Man muss ja etwas die Welt entdecken. Oh! Ich hab wieder fast gebrannt. Ich muss ja irgendwie die Welt etwas entdecken. Ich hör dir, weißt du, wie ich das jetzt hier aufbaue? Ich hab mal eine Doku gesehen über so eine Sekte. Ich baue das jetzt auf wie in der Sekte. Kommt zu meiner Sekte, Leute. Das geht da nicht um. Ich könnte potzen. Ich will hier so eine wunderschöne Ecke machen. Ich glaub, das hätte ich zuerst überdenken sollen. Ja, gönnt du dir ein Päuschen. Ich glaub, ich muss ein bisschen umbauen. Umstrukturieren. Ich bin am Überlegen, Leute. Das stresst mich nicht. Wenn ich den jetzt noch dahin baue. Nein, ich baue den hier hin. Und dann das muss alles ein Stück. Ich hab mir so Mühe gegeben mit der scheiß Bude. Man sieht mir an, wie krass ich gerade angeekelt bin. Danke für den Look, Michi. Man sieht mir echt an, wie angeekelt ich bin. Die wollen mir alle ins Leder. Aber das muss ich gerne frei behalten. Komm, Chili, gib Gas. Nein, komm zurück. Entschuldigung. Oh, du gehst mir echt auf die Nerven. Ähm, Alter, ich muss alles kaputt machen. Alter, mein ganzer scheiß Loot. Okay, oh. Ich will halt nicht hier. Das ist mir zu nah dran. aber ich könnte so bauen, aber ich kann nicht, oh, ich kann mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Das sind die Steine. Und die Steine. immer noch nicht. Das ist los. Ich bin halt echt gerade nicht glücklich mit dem Spiel. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte zuerst den ganzen anderen Rest halt bauen sollen. Ja, aber jetzt kann ich wenigstens bauen. Ja. Oh, ich könnte kurz sein. ich könnte eigentlich gerade mich so, so über mich aufregen. Das ist ein Vulkan, wenn ich mich richtig hier umsehe. Danke für den Lörg. Warum ich mich aufrege, weil ich hier scheiße gebaut habe. Ich hätte zuerst da hinten umbauen sollen und dann hier. weil ich kann die Sachen hier halt nicht wegrücken. Warte, ich muss jetzt übertrieben scheiße bauen. wie viel Holz ist das? Weil, 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 ich baue jetzt wirklich übertrieben eine Scheiße hier hin. Kann jemand das bitte fertig bauen? Danke. Dankeschön. So, und dann? Hier geht auch noch Holz. Was? Wie, ich habe nicht genügend Holz. Verarschst du mich? Ja, jetzt habe ich aber mehr als genug Holz. Ja, wirklich, ich habe mein Holz. Blöde scheiße. Kann jemand hier mal bitte bauen? kann nicht mehr ganzes Inventar da reinpfeffern. Dankeschön. Also, das packen wir rein, das packen wir rein, 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 packen wir rein. So, 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 so. Wie viel Holz ist das? Ja, jetzt bin ich schon wieder bei Laben. Egal. Also, wir bauen jetzt noch. Alter, verarschst du mich denn? Was wiegt denn jetzt so schwer? Das Holz. Ich habe mein Holz. Na, Kevin hat es auch gerade gesagt. Ja. Das Problem ist, ich bin jetzt wieder alles am abreißen und dann ist die Scheiße, sag es Beppo. Ja, komm. Die Scheiße ist jetzt, man hat viel zu viel. Wahre. Ich habe ja jetzt übertrieben viel Loot und alles und ich bin gerade so überfordert, ne? Ich will das gerade so bauen und dann so bauen. Ich will so ein Viereck bauen und ich hätte das davor machen müssen, aber ich bin halt doof. Ich bin so richtig behindert gerade. Ja, jetzt hänge ich in der Fresse. Warte, ich wirf das in diese Richtung, weil dann kann ich eventuell hier wieder ah ja YOLO. So. Und dann muss ich das wegschleppen. Das muss nur umdrehen. Immer noch zu viel. So, okay, weil ich muss nur hier frei machen. Aber mein Haus, ich glaube, mein Haus passt nicht fokzen genau darauf. Ja, scheiße. Entschuldigung für meine Wortwahl. Das heißt, ich muss mein Haus abreißen. Oh nein, ich habe mir das in Mühe gegeben. Weil ich ein Monk bin, muss das da gerade sein. Aber lacht nicht, du bist genauso ein Monk. Kannst du das Bett wieder neu ausrichten? Lacht nicht über mich. Ihr lacht über mich. Wir lachen mit dir nicht über. Alter, das Bett tut am meisten weh. Eine halbe Stunde gestern für das Bett umzustellen. Aber wir haben so lange das Bett aufgerichtet. Es war alles neu, ich baue. Guck, ich erkläre es dir, okay? Ich habe keine Wand umherum gebaut. So, um aber eine Wand, ich dachte, du kannst eine Wand einfach dahin machen. Das geht nicht. Du musst so ein Fundament haben. So, jetzt will ich so ein Fundament so bauen, so im Viereck, dass ich dann da Wände hochziehen kann und in der Mitte mache ich dann mein Dingens. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn ich das Dorf auseinandernehme, fällt der ganze Loot dahin. Dann nehme ich den Loot auf und komme ich keinen Schritt weiter, weil ich zu schwer bin. Egal, Leute, wir... Ich werde wahrscheinlich nur hundertmal meine Basen bauen. Weiß nicht wie oft die in Fallout meine Basen gebaut haben. Viel, viel Gewicht kannst du jetzt tragen. Äh, ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich am meisten die ganze Zeit aufbaue. Ich habe halt den Stein hier und ich hoffe, dass ich in den Stein irgendwie mit reinbauen kann, weil, ähm... Oder dahin da halt. Da baue ich jetzt mein Haus drauf. Das ist wirklich ein Vulkan, wo ich bin. Echt? Ja. Guck, und dann hier... Baue ich halt auch noch dran. Leute, regt euch nicht auf über meine Baukünste, weil, ähm... Ich bin kein Bob der Baumeister. Beppo hat es mir von Anfang an gesagt. Und ich bin so dumm und habe nicht an Beppo gehört. Weil jetzt verstehe ich, was Beppo gemeint hat mit, ich habe ein Viereck gebaut. Oh, das war nicht gut. Egal. Wir regen uns nicht auf. Komm. Wir singen ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Wohin ziehen wir das jetzt? Ich und mein Holz. Ich finde es halt doof, dass man nix einfach umrücken kann, weißt du? Dass man immer neu bauen muss. Boah, der sieht richtig cool aus, der dahinter. Dann bauen wir das so bis hierhin. Bis wirklich hierhin. Ja. Ich will nicht riskieren, in die Lava zu fallen. Dass man echt so ne Mauer bauen muss hier. Also glaub mir, ich bin gerade so verzweifelt, dass ich sogar Alkohol trinken will. Kennt ihr Kiddie Bull in Deutschland? Gibt es das in Deutschland? Das kennt man von Deutschland. Echt? Kommt er aus Deutschland? Habe ich nicht letztens zu jemandem gesagt, kennst du Kiddie Bull aus Deutschland? Und er meinte, was ist das? Den wird den Namen nimm. Das ist aber vom Namen schon hier statt. Echt? Wie heißt das denn? Ähm... What? Heißt das irgendwie was anderes? Spu... Spu... Wie heißt... Ja, das hat ein anderes... Einen anderen Namen. Bubble... Bubble... Irgendwas mit Bubble, glaube ich. Bubble... Nee, Bubble... Bei euch in Deutschland heißt es irgendwas... Ja, Johnny kennt es ja sowieso, weil er... Luxebook, aber... Bubble, Bubble... Bubble... Es ist in so ner Champagnerflasche und es ist halt Kinderchamp... Spanier... Aber es ist Saft. Ich... Irgendwas mit Bubble, ja genau. Bubble... Bubble... Sagt euch das was? In zwei weeks heißt das jetzt ein Kiddie Bull. Meint das ein Kiddie Bull, also... Wenn ihr, ähm... Beppo wird an meinem Geburtstag Kiddie Bull... Okay... Ja, wir waren halt heute einkaufen und ich hab das gesehen und ich dachte mir so, ich kauf mir jetzt nicht die Flasche. Kaufe ich halt am Freitag und dann, ähm... Und dann, ähm... Trinken wir darauf los. Der Tür ist eigentlich nach vorn gewünscht. Warum trage ich ihn jetzt so viel mit mir mit? Ich hab doch nix mal aufgeh... gehoben. So, Schmutz. Nein, ich brenne. Ich brenne. Naja, Kiddie Bull Beste. Was hab ich für Silvester getrunken? Ich hab ne ganze Flasche Kiddie Bull selbst mit mir getrunken. Okay. So, ich glaub, den hau ich noch weg. Aua. Die scheiße Opfer. Pfff, ich bin fast tot. Schon wieder. Also, der Pinguin ist ja ein echt guter Arbeiter. Hi, Moni! Wie geht's dir? Moni! Es geht. Montag halt. Ist was passiert? Das Gefühl ist wie ein Mordok. Pass auf, gleich kommen sie. Einringen sie zu Knechten. Ähm, mit deinem Knie, tut es immer noch so schlimm weh? Monika hat ihr Knie immer noch so schlimm weh. Da bist du nicht alleine. Da bist du nicht alleine. Ja, kann ich mal kurz schicken, was ist wie... Okay, schick mal. Warte, warte, ich ändere kurz was, wenn du reinkommen willst. Also, ich hab Beppe und mich öffentlich in den Channel gesetzt, dann könnt ihr jetzt dazu kommen. Ich hab dir das Bild geschickt über Discord. Gut, ich guck mal, rechts stehe ich die Kniescheibe ab, so ein bisschen. Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Nee, ich hab mal halt gearbeitet und am Dienstag halt letzte Woche bin ich halt hingeflogen. Und das hat sich so krass entzündet, oder wie? Ich weiß das nicht. Ich werd morgen mal mit meinem Chef sprechen, dass ich dann bei den Arzt da anruf und ihm das halt versuch zu erklären, dass meine Kniescheibe halt absteht irgendwie. Und dass ich das halt irgendwie klären kann, dass ich das abchecken lass. Ja, du musst eindeutig zum Arzt. Also, normal ist das nicht, ja? Nee, das sieht auch irgendwie auch schon nicht mehr normal aus. Das sieht nicht gesund aus. Hast du Schmerzen oder geht das? Ja, ich hab schon Schmerzen. Ja, mein Mann und ich waren vorhin bei Pamela einkaufen. Ja. Das hat auf einmal so extrem gezogen. Ja, ich kühl auch. Bringt nix. Ja, aber wie viel? Kühlen ist halt nicht immer die einzige Lösung. Ja, so denke ich. Schon kann ich's ja jetzt grad eher weniger, ne? Na, da musst du dich krank melden, ne? Ja, ich muss aber irgendwie gucken, dass ich morgen die Patienten da versorg, die paar. Ich muss ja bei dem Putzen gehen. Ich weiß nur nicht, wie ich das meinem Chef erklär, weil ich hab eigentlich noch Hygiene im Büro. Er hat mich heute auch schon nach Hause geschickt. Ich kam vor meiner Tour wieder ins Büro, hatte mich angeguckt und hab mich gefragt, ne? Wie geht's dir? Ich guck ihn an. Ich überleg, sagst du ihm die Weide oder sagst du ihm nicht die Weide? Ich hab natürlich die Weide gesagt, ich sag mir geht's beschissen, mir geht's richtig schlecht. Ja, daraufhin hat er gesagt, dann fahr ruhig nach Hause, ruhe ich aus und dann hab ich das mit meinem Knie erklärt, dass ich am Dienstag hin geflogen bin. Ja. Ja. Er hat gesagt, ich soll nach Hause fahren und mich ausruhen. Ja, ist halt noch besser, weil so wird das Knie nicht besser, das ist halt das Problem. Ja, ich hab halt auch ein bisschen Angst, wenn der Arzt im Morgen sagt, dass die Kniescheibe wirklich zu hoch sitzt oder falsch sitzt, dass er sagt, ich muss wieder operiert werden. Das kann leider passieren, ne? Ja. Das wäre richtig scheiße. Ja. Ja. Ja, nach dem, was du alles erzählt hast, wäre das halt nicht gerade toll. Nee, halt echt nicht. Vor allem, ähm, eine Arbeitskollegin ist heute Morgen wieder ausgefallen, wir sind wieder nur zu zweit. Ja, aber trotzdem, das ist, das heißt, dafür kannst du ja nix. Nee, vor allem, ich hab ja schon die ganze restliche Woche durchgezogen, ich hab heute auch wieder durchgezogen. Mit Schmerzen, wohlbemerkt. Na, ich musste heute sogar auf meinem Knie sitzen, weil ich ne scheiß Dusche sauber machen musste. Hm. Dich mit dem Knie hinzusitzen? Hm. Aufs Knie sogar. Perfekt. Ich krieg schon Schmerzen, wenn ich... ich hab das ja auch wenn ich im schneider setzte ich kann vielleicht zwei drei minuten scheinersitzung wenn ich mein bein dann versucht gerade zu machen tut das so höllisch weh ich krieg echt schon schmerzen nicht nur an denken ich weiß noch nicht wie ich das oder wann ich das mein schiff doch erklären kann weil ich bin erst ab 12 wieder im büro nicht mal halb zwölf so viel viel später bitte vor viertel vor 12 12 so ich würde mich einfach krank melden an deiner stelle egal ist es war scheiße aber man sieht ja dass du was hast also es ist ja nicht dass du profitierst weißt du so wie die meisten leute halt ich will zu hause bleiben ich versuche gerade was zusammenbauen was einfach absolut scheiß aussehen wir haben uns gefragt wo du wärst die letzten tage ja gestern war ich ja auch nicht online ja ja also ich war schon online aber ich hab war das gestern war das gestern wo wir monopoli gespielt haben war das gestern wo wir monopoli gespielt haben oder war das samstag und am sonntag hatte ich mit einer freundin gespielt gehabt glaube ich ja ein bisschen avatar wieder mal mit ihr weil sie hat nach mir gefragt wir haben uns so gefragt wo du wärst also ich lebe noch einfach verschwunden nicht abgemeldet niemand muss sich abmelden ja morgen werde ich wieder ein bisschen zockidocki machen aber die frage ist wann seid ihr morgen online ich habe urlaub natürlich dann kann ich ja morgen nach der arbeit rein theoretisch ja online kommen und dann könnten ich bin ich bin noch im gelben ja alles klar weil sein knie ist auch nicht gut gestern war richtig schlimm gestern selbst die medikamenten haben nicht geholfen na super ich habe mir auch novamin tropfen 40 stück eingeknallt immer meine kopfschmerzen sind weggegangen ist aber schlimm dass da einfach nichts hilft am besten mal zum arzt gehen röntgen lassen gucken was da abgeht und dann je nachdem was der arzt sagt das machen was er sagt ja aber hoffentlich ist es keine op wenn das europäische dann schieße ich mir in schädel ehrlich das kann man sagen ja wenn ich da wieder eine op habe muss ich dann wieder gucken dass ich irgendwie das meiste so gut wie es geht alleine kann und wenn es heißt ich muss gespritzt werden ist halt niemand da der es machen kann weil wir sind dann wieder bei meinem mann zu hause und erst halt auch arbeiten und selber spritze ich mich nicht aber zu sagen ich gebe mir die kugel ja ist halt ich hasse op sofort schon einmal im knie operiert noch mal habe ich keinen bock drauf wenn die kniescheibe halt dann falsch sitzt und man das nicht so richten kann gerade eine kniescheibe ist knie generell mein papa ist auch operiert worden am knie das ist ja meine knie op meine allererste war im juni 2021 und ich weiß gar nicht nicht mal bis jetzt kann ich wieder rennen ja das hast du gesagt ja wie viel jahre ist das jetzt her im jahr 2024 das wird dieses jahr drei jahre ich bin auch nicht so sicher ob ich das so machen würde nachdem was bei dir passiert ist weißt du ich bin hier gerade sowas unüberfordert man ich baue hier eh ne scheiße zusammen ich glaube ich habe mich irgendwie festgepackt ja ich glaube du hast dich festgepackt wann wann werdet ihr dann morgen so rein theoretisch werde so gegen 14 15 oder das ist eine gute frage das ist eine frage weil ich habe morgen wieder physiotherapie genau und ich muss mit den tieren zum tierarzt und sagt einfach mal rechtzeitig bescheid oder so ich sitze immer und hoffe dass ihr frühzeitig da weil ich ja immer nicht so lange kann welche arbeiten muss das heißt gehst du morgen arbeiten oder nicht also ich werde auf jeden fall ein paar patienten machen müssten weil es kann niemand tragen sonst und die sind okay die eine ist natürlich nicht so wichtig der eine patient ist wichtig die andere wäre auch nicht so wichtig und die andere eigentlich auch nicht also eigentlich wäre nur einer wirklich wichtig bei den anderen weiß ich dass man da ruhig mal absagen kann ja weil die auch immer sagen gesagt geht vor aber ich werde das erstmal mit meiner mama gleich noch mal besprechen ob ich meinem chef jetzt schon mal schreiben soll oder nicht wie geht es deiner mama überhaupt und deine schwester mal schwester geht es ein bisschen besser eine leichte gehörnerschütterung wie gesagt und jetzt wird halt geguckt wie es weitergeht meine mama ist halt immer noch verfallen sie macht noch test ja und entweder sie wird komplett auf den kopf gestellt der ganze körper lieber das als wenn sie gar nichts machen richtig wenn sie ja gucken und der chef hat mich heute auch nur nach hause geschickt in der hoffnung dass ich nicht auch noch ausfallen aber noch kein nichts machen aber den knie es ist heftig geschwollen das ist ja jetzt nicht nichts ne ich habe es ja auch gekühlt so wärme tut jetzt gerade wieder weh ich bin ja unter der decke und das tut ja auch natürlich wieder weh weiß warm wird ich kann auch nicht die ganze zeit kühlen geht mir auch auf den sack es wird dann so richtig eklig kalt war richtig ich komme echt vor als würde ich ja gerade so ich weiß nicht was bauen du brauchst das gleiche wie ich aber ohne witz aber so wie ein wie nennt man das ein arbeitslager sonst würde ich sagen ich werde jetzt erstmal schlafen gehen und dann würde ich sagen hören wir uns morgen wünschen wir gute nacht ja und überarbeite dich nicht auch nö geht mein bestes mit dem knie ja ich weiß meine freundin hat auch schon gesagt ob ich behindert bin dass ich arbeiten gehe und gesundheit geht vor und so ja ich hab sie auch gesagt ja klar geht gesundheit vor aber sie muss halt immer daran denken dass ich jeden monat bis jetzt krank war klar das war jetzt ein arbeitsunfall aber trotzdem ja aber du bist ja nicht krank weil du lust und laune hast krank zu sein du hast ja was ja ich weiß ja sehen aber manche menschen anders du hast ja auch was also das ist ja jetzt nicht pille palle sozusagen wenn ein schiff muss das verstehen also es tut mir ja ich weiß wie du schlafen ja mache ich okay dann bis morgen bis dahin tata ich habe bock wie dieses konzentrationslager natürlich ich will sie hier den berg hoch zu klettern mich mich irgendwo wieder fest zu baggern den hast du nicht gesehen ja jetzt war es zu spät es ist ein vulkan aber es ist auch sowas wie eine ruine das hier die steine sehen hier voll komisch aus geht so eine kleine wand reicht die ja die reicht ja okay weil das packt mich so ab dass das ständig die dinge rein kommen weil mein haus glaube ich ziehe ich hier nach hinten johnny ist ausgeböckst den stein will ich drinnen behalten ihr habt doch noch essen wo ist denn euer problem hat der andere wieder alles gegessen ja sieht so aus ja sieht so aus guck mal her ich fütter dich du musst da konsequenzen fließen lassen mit dem anderen ich habe ihn gefüttert alles gut ich habe ihn doch nicht hier ich habe hier es ist ein Teil der ich habe ihn auch ich habe ihn von mir ich habe ihn ich bin ich habe ihn ich habe ihn weiter war das jetzt viel arbeit so man guck dir das an ich bin könig der welt ich möchte dahinten wo der fette baum ist so versuchen wir jetzt auf die spitze vom vulkan zu landen das ist ein weiter weiter weg ja das habe ich mal gesagt dieser weg wird kein leichter dieser weg außerdem ist steinig und schwer beppo ja er ist steinig bei mir dieser weg wird steinig und schwer guck da da ist die spitze das machst du hast es ins krieg bis zum falschen spiel ich entdecke die welt versuchen wir hier rüber zu fliegen ich hoffe man auch so hält das ja 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 geschafft ich will herausfinden ob es noch geheimnisse gibt hier aber dieser weg kann man bestreiten weil ich finde hier lud schutzkiste mittelgroße paul serie das ist sehr gut sagst du noch mal beppo dieser weg wird kein leichter ja und hier haben wir auch schon das erste problem ich bin bei harry potter guck mal hier war mal der schluss das sind keine pols das sind die von das sind die tierwesen die magischen tierwesen ja genau und hier ziehe ich jetzt die wände hoch ihr bleibt jetzt auch mal mit dem arsch hier drin man und alle meine pols drin weil ich mache jetzt die türe zu und ist die türe zu bleibt die türe zu ist hier wie bei den rittern ritters warte ich gebe euch was zu essen ich habe hier noch ein paar bären na ich baue sofort die dinge jetzt ich weiß es hier unglücklich sein sieht aber schon ein bisschen fancy aus muss ich sagen da ist so glücklich da kommt hier mit seinen kleinen dingern da ok also ich bin geschützt das ist gut das baue ich halt nochmal ich baue halt hier jetzt kommt das bett wieder bebo ja es ist mir dieses mal egal so dann mache ich die werkbank kaputt ja so es ist echt brutal was man hier so bauen muss ja ich übertreibe das ich gehe mal in die brauche ich gehe mal in die brauche ich habe mir Spaß die ich habe sie eingesperrt ich habe sie halt so hier umher gebaut, weil wir werden angegriffen. Also hier, ihre Bettchen, die sind ja noch alle da. Die musst du noch freischalten. Aber ich mach hier mal wieder mein Haus. Hier ist dann mein Bett. Und dann soll er essen gehen. Okay, mach ich das. Und dann mach ich hier wieder das Dach drauf. Guck, hier können sie schwimmen. Guck, wie glücklich er ist. Ja, ich hab halt nichts mehr zu essen für sie. Guck dir das an. Sepp, wo hast du das gehört? Was? Hast du gehört, was Gronkh anscheinend im Stream gesagt hat? Was hat er gesagt? Gronkh hat so einen Balkon gebaut und dann hat er runtergeguckt auf seine Porn. Und? Direkt! Nee, da hat sie nicht nett gesungen. Da hat sie nicht nett gesungen. Das Spiel ist ultra... Es ist geil. Die Porns werden ausge... Ähm... Werden so... Brutal... Ähm... Ausgenommen. Die können froh sein, dass sie essen und ein Bett bekommen. Beppo sagt, sie können froh sein, dass sie essen und ein Bett bekommen. Oh, ich hab fleiß, kein Reis. Ja. Oh nein. Aber es ist halt so, also... Also, in Bippos Welt... Wollt ihr nicht leben? Wer gut arbeitet, wird gut behandelt. Und die, die schlecht? Die kommen in den einen safter. Ich hab... Bei Beppo wird man sofort entsaftet. Okay, also ich hab jetzt mal... Ich muss jetzt ein paar... Das kann eigentlich stehen bleiben. Die Felder mach ich hier hin. Ähm... Das ist das größte Ei, was ich jemals fand. Guck dir das an! Ich seh, es ist ein Riesenei. Heißes Riesenei. Viel lange braucht das, um zu schlüpfen. Ach, nur eine Ewigkeit. Alter, wer baut denn hier? Guck, Johnny und so baut sofort. Oh nein, das könnte... Nein, 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 Bruder. Bruder, stopp. 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 Das ist ein Monk. Monk. Mein Monk hat geschrien. Dass man das nicht halt von oben so rauszoomen kann oder so. Voll doof. Voll doof. Ey, der Boden liegt doch vollständig auf. Lass mich in Frieden, ich will doch nur die Welt erdecken. Ich tu dir nichts. Das ist immer noch nicht gerade, Mann. Alter, hör auf! Ah, ich schwör dir, diese Katze! Geht doch weg! Ich weiß! Geht weg! Weg! Sie lassen mich nicht! Komm bitte hierher, komm! Ich will nämlich da gerne... Du kannst sie werfen! Ja, aber ich will... Ich hab mein Feld schon in der Hand. Geht jetzt weg, weil der... Ich sag's euch, ihr werdet so entsaftet. Mein Monk muss das jetzt gerade machen. So, baut das mal bitte. Und dann reden wir nochmal darüber, ob ihr was zu essen bekommt. Wenn ihr das gebaut habt, kriegt ihr ja auch was zu essen. Maiu, Maiu, Mai! Die verstehen auch den Sinn von einem gesunden Lager nicht. Ich hab ein Level 37 gefangen! Ja, aber jetzt wird er wieder runter gesetzt, ne? Weil hier sich zwei 37er zerschlagen haben und ich hab einfach da mal einen Ball drauf geworfen. Ich muss jetzt, ey, was zum Scheißen... Hör auf! Also der eine Paul, da will sterben, glaub ich, weil der rennt mir... Oh, Bruder von der Sonne! Weißt du, ich schmeiß dich gleich auf die andere Seite. Hau ab! So eine Aggression hier. Und wie gesagt, das Bau... Dingens ist halt echt scheiße. Alter Johnny ist ultra hungrig. Ich hab nix mehr zum Essen für sie. Und gibt's nix. Weil ich alles von vorne halt baue. Machst du das jetzt? Okay. Ich bin ja dabei, mich um euch zu kümmern. Mann. Warte, ich geh kurz raus. Ich guck, ob ich Bären finde oder sowas. Pass auf, der geht zum Amt und sagt, du kümmerst dich nicht um ihn. Hm. Ich bin auf Bärenjagd, also. Da ist ein Mensch. Da sind Menschen. Tun die mir weh, wenn die mich sehen? Ich wusste es, dass hier oben was gibt. Hier oben auf dem Berg gibt es da einen Turm. Aber wie komm ich da hinten? Alles gut, ich geh nur vorbei. Ihr müsst mir nix tun. Ich muss euch nix tun. Ich bin immer auf Bären suchen. Ich suche nur Bären. Chillt doch euer Leben. Meine Tiere sind am kaputt gehen. Na dann. Ich werde von Level 30 schmunzeln gejagt. Nein, jetzt bin ich runtergefahren. Das gibt es nicht. Ich glaube, ich töte ein paar Schäfchen, weil dann habe ich Fleisch. Was, du Opferschäfchen? Ich töte gerade ein Schäfchen nach dem anderen. Kommt da jetzt auch gleich so eine Nachricht mit Disharmonie? Nein. Ja, meine haben halt gar nix mehr zu essen. Und dafür wird dann jetzt Schäfchen geerntet. Ja, die sind lecker. Alter, warum stirbst du nicht? Greif an! Greif ihn mal an, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Vom Elefanten weiß ich jetzt nicht, ob die so lecker sind. So. Was haben wir jetzt? Wir haben vier Steaks, wir haben Pils. Das ist noch nicht genug. Greifst du bitte an? Dankeschön. Den auch. Dankeschön. Ich muss halt gar nix machen, ne? Kannst du die auch mal angreifen? Da. Lauft um euer Leben, ich werde euch eh alle töten. Machst du den Tod bitte? Dankeschön. 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 Heilige anywhere? Nehm ich mit? Oh, hier ist ein neuer Punkt. Kleine Schnellreise freigeschaltet. Wo ist meine Base? Ah, ist ein Stückchen, ein Stückchen. Haben wir hier irgendwie ein neues Pokémon? Nehmen wir die Truhe. Was ist das? Ich glaube, ich habe entdeckt, wo Beppo seine Base aufgeschlafen hat. Oh, was ist das denn? Ein Capriti. Gib's ihm! Gib's ihm! Gib's ihm! Nicht mehr! Auauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Du kannst ihn töten, wenn du willst. Alles neue wird hier mitgeschleppt. Ein Zellerei. Nee, 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 süßer, weil wenn du jetzt angreifst, dann ist mein Pokémon eh tot. Ja, meine Waffe ist kaputt. Das ist halt das Problem. So, sobald ich hier jetzt den nächsten Teleporter fände, rollte ich aber mal zurück, weil... Wann ich überhaupt auf den Einschlagen? Ja. Meine Waffe ist kaputt. Das ist schlecht. Geh raus. Geh raus. Wer? Währenddessen zerkloppe ich mich mit der Katze hier. Nicht stehen. Geh raus. Entschuldigung, falls jemand im Stream dich nicht zerschreckt hat. Was ist die Katze in Ruhe? Ich habe einen neuen Paul gefangen. Gut, auch mit dir, da muss ich nichts sehen. Also... Geh nicht nach Westen. Bist du da? Nach Westen ist die Hölle, das ist die Vulkangegend, da sind alles überstarke Pauls. Ich bin an einem Strand gerade. Ich gehe mal zurück zu meiner Basis. Ich habe Sorte mit diesen Übermonster. Ich bin hier gerade so am hübschen Strand. Aber auch ein gutes Stück von meiner Base weg. So, dann meine liebe Pauls, wie geht's denn? Habt ihr gut gearbeitet? Der Chef kommt kontrollieren. Wie bist du denn jetzt zurückgekommen so schnell in deine Base? Ähm, ich habe einen Teleportler gefunden. Ach so. Wie, der ist erkältet. Was ist denn? Kannst du mir jetzt... Ich komme nicht zurück zum Old Space. Ich krieg die Krise mit meinen... äh, Pauls. Der Army ist erkältet. Soll ich jetzt mitleid haben. Ja, komm. Versuch's. Oh, Pauls. Oh, Pauls. Es ist in Ordnung. Depresso. Mai, oh, mai, oh, mai. Ich mach das gleiche mit denen. Wie, die Basis wird angegriffen. So wird die Basis jetzt angegriffen. Oh, scheiße, das Nachsonne ist wieder voll. Ich hoffe, die sind jetzt weniger zickig und ich zurückkomme. Oh, wenn der Presse nicht aufhört, ne? Lass ich sie alle töten. Was ist denn hier los? Oh, was? alle alle hungrig ich komme auf meinem call weh zu tun menschen also ich habe euch essen mitgebracht für den rest hoche ich noch schnell danke für den Loot ihr Panner so Leute die Gefahr ist gebohnt geht zurück zur Arbeit hier herrscht eine dezente Unruhe hier herrscht eine dezente Unruhe also ihr habt mehr als genug Essen ich habe euch voll viel Essen dahingestellt jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter bauen also primitär primitive Bergbank einmal Jürgen hier 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 What are you doing? Ja. Nice. also kann man denen nicht sagen dass sie aufhören sollen dass du durcheinander sind nicht gerade die klügsten menschen ich habe ich habe ein system du musst dich an deren system anpassen nein ich bin herrscher ich muss sagen es ist echt schlimm weil das spiel hier man genießt es halt echter herrscher zu sein ich weiß nicht wie es euch geht ich darf meine erste schusswaffe kim spielt gerne gott so sieht es aus ich habe spaß hier meine leute hier rum zu kommentieren babu spielt gerne jura in meinem in meinem reich wird so gearbeitet deutschland anscheinend hatte grunk gestern oder vorgestern in seinem stream stand er auf dem balkon und da hat er gesagt im stream jetzt fehlen nur noch die roten flaggen also ihr habt wieder essen okay ich habe alles neu gebaut schon wieder ich will nicht noch mal alles bauen okay die kim hat mich kopiert ja tut mir leid bevor aber deins war halt am logisten will ich doch geehrt will ich geehrte ich habe dich nachgefahren gemacht weil du ein cleveres kältchen bist wieso kann ich meine waffe da nicht aufheben hey scharf verschwinde das ist meine waffe der job ist gemacht so käme ich sage nur so wie ich bin kaputt so deswegen war also nicht nur deswegen aber auch die kaputt bist ich bin jetzt kaputt ja weil die müde bist ja ja ich wusste ja vorher nichts davon so jetzt geklingelt ich war ja am stream geklingelt ja dann so kommentiert ja aber warum kommt sie denn jetzt ständig zu dir sie war jetzt das erste mal seit dreieinhalb vier monaten bei mir auch außer das andere mal ihr habt zu viel zu viel kontakt nö marcel kalter kaffee schmecken ja und was wollte sie sie ja habe ich doch gerade gesagt ich bin kaputt und müde du brauchst echt lange du brauchst echt lange du brauchst echt lange okay okay tschuldigung ich bin ein gutes kind Haar Rekord ja und deswegen ist die okay also ja das kann sie war bedürftig型 einua sie hat auch gesagt sie hat damit gerechnet has ich sie nach außen schicke aber findest du keinen anderen doch klar aber ich bin halt ihr seid am streamen dementsprechend packe ich jetzt nix aus die hose bleibt oben ob doch wen ihr wollt ich keine ahnung ich werde es halt nicht aber jedem das seine wie ich sagen es hat man schon mal kurz ich auch gesagt dann sogar über ich bin halt nicht so aber wie gesagt ich verurteile niemanden jeden das seine alleine ist alleine ich kann machen was ich will deswegen sagt jeder so machen wir denken ich bin halt so eine person vorbei ist für mich vorbei der rest ist auch vorbei alles komplett vorbei das auch warum soll ich wenn ich weiß dass es gut warum soll ich da nein sagen das regal ist nicht in der mitte ich soll nicht in der mitte sein es ist schon gut so okay und wieso brauchst du so unnützes zeug das brauchst du nicht es ist mir doch egal ich will dass es hübsch ist mann ich will mich wohlfühlen wie sie hier bauen alle in meinem so also ich überlege halt diese oase hier woanders hinzustellen ich habe hier so schön um den stein herum gebaut das sieht eigentlich cool aus aber ich will es halt ich bin auskommen ich will es halt irgendwie anders bauen du hast hunger habe ich ja gerade einen fetten dings gegessen keine ahnung was Problem ist deinem koffeinschock nee das ist das des dingens ich habe punkte das ist johnny johnny hat einen koffein so kann es denn das dein holz schon dämmt das was denn das dein holz schon dämmt dass deine holzschwände schon dämmt abgeben denkst du auf der linken sollte oder habe ich falsch gesehen da ist ein feuer ok ne dann ist es gut warum ist mir denn so warm mir ist warm alter was ist denn hier los sterbe ich hier gerade von hitze jetzt geht es besser meine kleidung war zu heiß ich war zu heiß ähm ok ok sie sind ja am sehen äh die muss ich noch woanders hin machen weil die finde ich halt echt dumm hier so wie stark ist das ding kim was für ein ding guck mal das ist meine armbrust ja die ist ja 280 ja ich guck ja guck mal jetzt wie stark jetzt die neue waffe ist ja wach 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 wow wow overkill das ding ist fast das fünffache stärker als das was ich vorhin hatte ich glaube ich kann damit jetzt äh das mammut jagen gehen danach kommst du zu mir und jagst es mit mir ich glaube ich teste es ich zuerst gehe ich noch das hat guck Marcel das problem ist es hat so ne scheiß dingens zum bauen das programm kannst du nicht rauszoomen kannst du nicht reinzoomen ich muss mal kurz ein kabel holen mein headdrip piept im moment ich gerne rauchen und dann gehe ich mammut jagen das ist ja jetzt neu oder obwohl ich brauche gar kein kabel hin doch du bist mein mikrofon Da kann ich ja nicht abschliffshen Ich dachte, ich kann 200. Ich hasse es. Das ist mein CHL. Das ist hier ein anderes... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass das jetzt mega krumm sein soll. Ja, aber damit kann ich leben. Oder auch nicht. Okay. Könnt ihr das mal bitte bauen? Das ist ja ein Deutsch. Boah, die sind ja mega schief. Ich hoffe, das ändern sie halt. Weil das nervt. Das ist auch schief, aber egal. Das habt ihr wenigstens alle in der Arbeit. Das sind die Felder. Fern. Da habe ich echt den falschen Weg gedreht. Nee, das muss ich umändern. Das ist das. Ja. Ja. Wartet kurz Leute, ich bin gleich wieder da. Du musst kacken. Nein, nein, ich muss einen Keks suchen. Oh, wow. Siehst du, ich bin schon wieder da. Sehr gut. Ich habe mir nicht so amerikanische Kekse gekauft. Ja. Von, ja. Richtig, amerikanisch. War jemand von euch bei Rewe oder so diese Woche oder letzte Woche? Nein. Nein. Okay. Weil ich suche die rosa Farben der Red Bull. Nee, leider nicht. Hm. Guck ich mal nächste Woche. Das ist schon gut, glaube ich, dass ich hier zugemacht habe, weil, ähm, da waren mir zu viele Bitches drin. Ja, das ist ja gar nicht. Depresse ist einfach mein ... mein innerer. Ich fühle den zu 100%. Mein innerer Bruder. Gibt es da keine Dinge hier? Eine Leuchte? Oh ja, das müsste ich haben, weil dann kann ich endlich meine Tiere, meinen Tieren helfen. Ich will all meinen Tieren helfen und Beppo ist das so scheißegal. Das ist ein kleiner Futterbeutel. So, bin wieder da. Also Beppo Depresso ist, ich finde den so. Aber guck dir den an. Ich konnte dem eine Stunde zugucken. Ich mach das auch mal auf der Arbeit. Ich mach einfach nur jeden Buchstaben mit so. Aber der ist praktisch, wenn du sein Halsband machst. Aber ich fühle ihn. Ich gucke ihm halt zu, weil ich ihn so... So. Machen wir den nächsten Versuch, das Ding zu fangen. Aber ich schlafen alle und er steht da wie eine Depression. Ähm, Beppo, die... Du hast ja letztens deine Bude abgebrannt. Ja. Wie hast du die abgebrannt? Mit Feuer. Ja, die Pokémons haben die Bude abgeworfen. Mit Feuer. Das heißt, du hast sie nicht selber abgefackelt. Äh, ich glaube, es war schon meine Schuld, aber ich weiß nicht, wie ich es fertiggebruchte habe. Weil ich habe jetzt Angst, wenn ich dann so eine Fackel hinstelle, dass das meine Bude abbrennt. Nee, das war es nicht. Ah, okay. So, ich schnelle den. Weil ich brauche ein bisschen Licht. Ah, das sind alles nur Feuermonster. Aber ich mach den dran. Guck, der ist richtig schön geworden, der ist hier. Der ist neu bei mir. Hm, der ist echt schön. Das hast du gut gemacht, die Presse. So, weil das arbeitet er hier noch im Dunkeln. Weißt du, tut er mir noch mehr leid, wenn ich so im Dunkeln arbeite. Habe ich ihm ein Licht hineingestellt. Das ist mir halt so ultra weh, wenn er so ankleinender steht. So, Penguin, hilf mir mal. Wir müssen ein neues Halsband anfertigen. Gut, stell ich den die Alarmglocke hin, weil die sieht so hässlich aus. Alarm, Alarm. Alarm. Was machst du da? Ähm, ähm. Das ist ja wie gestern, warum hast du eine Maske auf? Überfall, 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 greift an, greift an. Jetzt habe ich gerade diese scheiß Ding jetzt gebaut. Leute, ihr müsst angreifen. Schnell, 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 schnell. Schnell. Oh nein. Schnell, schnell, schnell. Okay. Der Pessio, arbeite schneller. Komm, 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 komm. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe sie gar nicht. Sie kommen, sie kommen. Da sind sie. Nein! Nein! Tötet sie! Tötet sie! Sie sind draußen. Sie kommen nicht rein. Alter, ich fick dich weg. Oh, seid ihr bescheuert? Ja. Was machen die? Versuchen die da reinzukommen? Sie warten drauf. Sie sind, sie sind, sie sind. Guck, mein Pinguin. Mein Pinguin verteidigt an der Wand. Wollte ich euch die Tür aufmachen? Warte. Hier. Mach euch die Tür auf. Auf ein Lämpchen machen. Jetzt werdet ihr so weggesnackt, wie ihr noch nie weggesnackt wurde. Viel Spaß mit meinen Pals. Ein kleines Lämpchen kassiert einfach mal tausend. Ich hab ihn einfach die Tür aufgemacht und trotzdem nicht so gestorben. Hat er ihn totgemacht? Oh, Depresso ist ja richtig püsst. Hör auf. Hör auf. Geh weg. Sei, sei der Stärkere von euch beiden. Sei der Erwachsene. Das war's schon. Ja, wir wurden angegriffen. Jetzt ist es schon vorbei. Ich hab so viele Kisten hier stehen. Okay, ja, dann geh essen, Depresso, Mann. Okay, ich hab's tun. So etwas für praktisch den Häuten. Das macht ja. Guck mal, siehst du hier den Felsen? Ja. Jetzt aktiviere ich seine Fähigkeit. Oh, der ist Bowsa. Und er hat einfach den Felsen rasiert. Bowsa, Mann. Okay, den Mammut kriege ich noch nicht klein. Auch mit meiner Flinte. Die skalieren mein Damage runter, wenn ich den angreife mit meiner Waffe. Die Presse ist einfach so dumm zum Essen. Dafür hast du ja den unteren. Also der eine hat einfach ein Baguette hier reingetan. Die Presse, dann bewegt dein Arsch hierher. Dummes Stück. Hör auf! Wir essen! Naja, okay, dann stirbt eben an der. Alle hungrig, also. Nicht so oft auf der Arbeit essen würde wie dir. Die Presse sind wir halber und krepieren. Ich weiß nicht, ich brauche einen Leger. Wo findet man Metallbahn? Dafür musst du die Schmiede nehmen. Ah, okay, genau. Zuerst Schmiede, dann, okay. Dann kannst du das Erd nämlich nutzen für die Dings zu machen. Okay, okay, cool, 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 cool. Ich muss ein bisschen Stoff herstellen. Und ich muss noch ein bisschen Muni sammeln, weil... Ich hab meinen Stoff... Das heißt, wo geht meine Reise jetzt als nächstes hin? Ja, bis ich alles entdeckt, soweit. Ich könnte hier vorne weitergehen, dann würde ich den Bereich entdecken. Ja. So, wichtig ist, dass ich mal schaue, an wen ich noch weiter upgraden kann. Ah, nein, zuerst meine Fangfähigkeit erhöhen. Das hab ich gesehen, dass das Gebiet in der Fall von... Kannst du das bitte machen, Dankeschön. So, Fangfähigkeit ist jetzt auf Stufe 4. Puls verpassen. Also, der macht mich ja mit, depressiv, hm? Ich glaub, ich stell so eins noch hier dazu. Ich glaub, ich stell so eins noch hier dazu. Ich glaub, ich glaub. Jetzt liegt. Ja, den Drachen, wo ich gehst, ja. Schenglong. Oh, das ist gut. Den Drachen, meinte er. Schenglong. Schenglong. Weißt du, sogar ich weiß das, aber sogar ich weiß das, und du weißt es nicht. Komm um Niras Freude, komm um Niras Freude, komm. Weißt Niras auch nicht. Amateure. Warum liegen jetzt hier Bären rum? Was, was soll das? Ja, dann... Nicht im Stream. Er soll jetzt nicht anfangen. Guck mal, Herr Depression. Nein, nicht Nera, Lira. Aber hi, Nera. Ja. Hi. Der Brutkasten ist hier. Hier bei der antiken Technologie. Beim Siebenten. Ja. Ja, du musst leveln. Dann kriegst du die Punkte, um frei zu schalten. Nicht wahr, Beppo? Mhm. Ich werd gefragt, wie wir den Brutkasten freigeschaltet haben. Einfach spielen. Würde ich mal sagen. Desto mehr du levelst, und desto mehr du höher kommst, äh... Fangen die sauviele Pols. Ja. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. Ich hab die Zeit lang halt echt nur Pols gefangen. also wenn ich euch einen tipp geben darf leute dann baut euch zuerst und dann fangt ihr den ganzen riss an weil ihr werdet so viel aber ich habe die kiste den falschen weg das habe ich halt gemerkt das ist echt das wichtigste soviel es klingt sich dumm und dämlich zu bauen am anfang eine kleine base aber so wenn ihr anfang immer mehr zu bekommen große welt ich habe sogar zwei betten zu viel kann mir jetzt hier tragbare laterne bauten bei mir ist es ein schlafen land bei beto es ist ein arbeitslager welches level bist du denn ihrer erst ich bin nicht viel weiter ich bin 13 ich habe meine base schon dreimal neu gebaut ich war noch nicht beim tour aber ich glaube ich versuche es jetzt einmal um zu gucken ob es klappt kann ich mache ich mir können so zusammen machen können wir das zusammen machen ja weil ihr den schon gemacht was geht das denn überhaupt ja natürlich dann kannst du öfter machen was zweimal verloren ist das ist die so schwer ein pokémon ist sie doch nie so schwer gewesen ich verliere nicht gerne ich habe auch bei dem dem blauen dingen da nicht verloren ich habe den auch beim ersten mal gekriegt den ich schon er braucht den hier zum beispiel den habe ich auch beim beim ersten mal bekommen ne 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 ich mag das halt nicht was für ein bestimmtes pokémon braucht man denn da ja pokémon paul ist der sattel ist der sattel jetzt automatisch drauf ja die aus dem feuer raus irgendwas gegen blitz ok ok weiß ich nicht bei mir steht hat hunger aber es hat niemand du hast hunger nein ein paul im team hat hunger in deinem team die presse ist halt am sterben das gibt es so wissen ja dann kann er nämlich essen so dann habe ich das gelönt ich habe keinen plan ob ich das jetzt schaffe wenn ich dahin gehe der mich tötet ich weiß nicht der presse kann jetzt essen jetzt geht's ihm gut ich will halt mega krass so bin mal schlafen ich meine danke 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 schlaf gut ich mache noch ein paar pfeile ja weißt du viel viel pokémon bei der ich habe von den blauen wie viele 234 ich habe ja gesagt die suchen zusammen ja brutal ne das war echt gut dass ich das gesehen habe ich habe zwei da laufen fixi und noch einer ja ich habe die zwei auch laufen deswegen müssen jetzt mal gucken ich war halt auch noch nie in diesem dungeon drin muss ich jetzt mal gucken muss ich jetzt mal gucken ich bin schon moderner ich habe einen richtigen rucksack versuche jetzt mal dieses dungeon versuche es mal alleine wenn es uns geht dann rufst du mich ich habe mal mega viele pfeile jetzt ich habe mal mega viele pfeile jetzt ich weiß halt nicht ob der bogen gut genug ist nimm das was am stärksten ist ich habe noch einen giftbogen einen feuerbogen kauft er die armbus fest naja ich habe keine punkte momentan ich kann mir einen dreischussbogen machen ja dann nimm den dreischuss mach mal den du schießt drei pfeile aber verbrauchst nur eine ok ja dann mach ich das ich baue mir den mal dann habe ich glaube ich viele pfeile pfeile kann mal jemand das bitte hier fertig machen ihr habt eh doch nichts getan ihr seid nur am essen die ganze zeit hier hier k ihr 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 streng gesehen bräuchte ich jetzt nicht mehr das ding weil nämlich ich habe ja jetzt die die lompe ok mache ich die armbrust rein ich brauche mir noch den anderen gleiter der soll besser sein ich habe 110 pfeile reicht das hängen doof wie ich schnell es nimmt auch und kriegst was für ein level haben die ein spezifisches level ich glaube 12 oder 15 das spiel ist auch geil geil ich habe mich schon richtig darauf gefreut weil das prinzip fand ich geil und ich bin nicht enttäuscht becker hat mir so viel davon erzählt sam hat mir so viel davon erzählt so kommt ihr jetzt klar hier du bist eh du chillst da eh ich habe kein volles team dabei wobei ich fliege noch mal hier zum vulkan heute waren richtig viel äusen der gegend die sagt was ich brauche irgendetwas gegen blitz was was ist denn effektiv gegen blitz ich habe feuer auch normalerweise ne eis eis normalerweise ich habe auch eis verloren kann ich jetzt auf dir reiten oh mein gott das funktioniert ihr seid so doof gerade zu Marcel weil ihr jetzt so dunkel gelacht hast du hast angefangen so weh du hast angefangen du hast du dann ganz schnell man reitet halt nicht gut auf ihm gute nacht pixel ich wusste nicht mal dass du da bist aber nein ich werde Männer schweigen und genießen ich suche den weg zu dem bekloppten Turm ah ich stehe davor ist das dieser Turm hier weiter ja klar ähm nee Turm des Reihen am Bosskampf teilnehmen ah doch du bist richtig so so Leute jetzt jetzt wirds guckt jetzt ohlala ohlala jetzt gehts ab jetzt gehts ab du musst doch dann noch bin schon drin Beppo ja sie ist sie hat nur blitz poké äh Pauls sie hat nur einen ja der sieht doch auch aus genau wie das eine pokémon da reitet sie jetzt auf dem mhm 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 schweig doch mach die Sue fertig bring sie um greif an greif an du musst auch den Befehl geben anzugreifen er greift an nein mach ihn fertig Chile nein mach ihn fertig Chile Chile stirbt ja du musst auch kämpfen alter ich krieg den nie kaputt vergess es mein pokémon und mein Ding es stirbt ja jetzt das ist ja so gut kann ich ihn irgendwie heilen ne ne ja du hast auch mehrere du kannst auch die andere noch einsetzen du musst den Kopf treffen von ihr dann machst du kritisch und damaged ich versuche einfach nur gerade weg von ihm zu kommen ahhh du Hurensohn boah wie lange das er bedauert halt ne ich frage mich gerade warum ich das im stream nicht hinkriege ein geiles Haus zu bauen und jetzt Alter auf stream mega zu viel Druck das ist glaube ich so zu viele Erwartungen oh nein geh doch auf ihn los man oh nein nein du blöder Hurensohn noch einer down guck mal ein Elefant jetzt ist es vorbei Sandy werde ich ich werde sterben ich werde sterben er ist elektrisiert er ist elektrisiert Sandy, mach was! Ah! Gut gemacht, mein Juni. Halt da Pokémon Deluxe! Du hast nicht schon noch... Du hast fast das erste dritte... Nein! 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 Ah! Leck mich fett! Das kann doch nicht! Ich schwör dich! Kotz im Strahl! Du schaffst das! Vertrau! Halt den Finger oben! Ich wusste das! Du bist tot? Ja! Natürlich bin ich tot, was erwartest du denn? Ich hatte einen Sieg erwacht! Ich geb den gleichen Sieg! Alle meine Pauls sind wieder gemächtet! Ich kann ja mit dir gehen! Das ist halt so ein Dreck, ne? Das ist halt so ein Scheiß! Deswegen spiele ich nicht so eine Scheiße wie Elden Ring und Dark Souls, weil... ... da da, da... da krieg ich grüß noch mehr Einen Schuss! Ich bin dann immer komplett defeated, wenn ich dann so beim ersten mal nicht schaffe, das fackt mich echt an. Jetzt muss ich warten, bis meine Balls wieder gut sind. Nee, geh schlafen, da sind sie wieder fit. Richtig deprimierend. Ich seh dich bei Elden Ring. Johnny, du kannst mich mal getrost in der Tasche. Ja, können sie dich auch bei Elden Ring. Aber nichts zu sagen, Elden Ring. Richtig geiles Game. Du kannst mich sowas, also Johnny, besser als du, bin ich eh. Miss, ich hab den falschen Ball geworfen. Ähm, hallo? Du hast mich gesucht jetzt, du hast mich gefunden. Na, das will ich sehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber Elden Ring ist es auch halt einfach ein Spiel, was mich so absolut gar nicht interessiert. Dark Souls hab ich mal angefangen. Hab ich in der Tat auch ein bisschen gespielt, aber... Nein, nein. Wollt ihr mein Haus irgendwo sehen? Ja. Ja. Was wollen wir sehen? Was hältst du los? Was hältst du los? Das ist mein Haus, Alter. Aber du dachtest immer, ich bin schlecht, das Spiel ist doof. Johnny, warum bist du so gemein zu mir? Sag mir das, warum bist du so gemein zu mir? Musst du nicht arbeiten? Irgendwo steht gerade eine Maschine und die ruft deinen Namen. Nicht geil, ne? Das ist mein Haus. Speichere ich mir ab und gib das zum Architekten, Alter, der soll mir das Ding bauen. Dreieinhalb Millionen. Ja, stand jetzt weiß ich nicht, wie teuer das ist. Aber kann ich mal ganz kurz gucken, wie teuer das wäre, wenn ich da einziehen würde. Nee, Johnny, die laufen nicht. Ich spüre, dass die nicht laufen. Procedent ist aktuell 30.600. Oh mein Haus? Ja. So reicht auch. Gute Nacht, Kevin. Gute Nacht. Gute Nacht, du Rentner. Gute Nacht, du Rentner. Gute Nacht, du Rentner. Gute Nacht, Jenson. Dann�ern die Leute mich schon Hamster. ist denn eine antenne hört man ihn so laut aber man hört ihn ich hab extra mein Mikro leider gestellt Eppo tötet einfach die Füchse ich brauch Leder aber dann ich stehe jetzt nicht extra dafür auf keine chance wie lange braucht meine pokémon sind wieder zu sich zu kommen wenn du eine nacht schließt dann ist es gut mein arm hat gerade über alles geknackt ah hi Lera hi Hamster hi hi wie geht's dir ja ich glaube ich schlafe jetzt den ganzen Tag über Beppo anstatt das freut mich ne es ist viel einfacher das Paul da rein zu machen ich pack die einfach hier ein hast du alles mitbekommen im Hintergrund das freut mich wie ich übelst fertig gemacht wurde hast du alles mitbekommen was habe ich denn gesagt das ist was Schlimmes habe ich was Schlimmes gesagt Kevin was denn Reichsflaggen war das das alter aber Gronkh hat das doch gesagt von der Sklavenarbeit bis zur abgefuckten Bude von deinem Kumpel ja bei mir herrscht bei mir herrscht Sklavenarbeit ich bin Level 23 aber bei Beppo herrscht noch mehr Sorge nein bei mir ist Freiheit Beppo sagt immer Arbeit macht frei also das ist halt in meinen Augen ein ähm hörst du auf meinen PC anzutatschen mit deinen Wichsgriffen bitte danke schön wie steht da hier mein PC anzutatschen anzupusten anzuwichsen um zu gucken ob er warm läuft oder was auch immer dafür ist er weiß und du der Hamster ne aber ich den mag es nicht wenn man meinen äh Computer antatscht don't touch my tralala ich mag es absolut nicht genau ich hasse das ne ich hasse das wirklich echt krass wenn man meinen PC antatscht ich glaube ich habe noch nie Upgrades Gesicht gesehen echt echt ja ich sehe es halt jeden Tag doch du hast sicher schon seine Beine gesehen also Beppo der hier gerade mit uns spielt und auch Marcel die haben ihn schon alle Beine gesehen ja ich habe mich gleich verliebt es sind die harten Beine ja so die Ehren schenke die Beine und du bist sofort rrrr ich denke direkt an den persischen Teppich den los ich habe mich ja schon damals in seine Stimme verliebt seit er damals bei uns getankt hat echt ich kenne das wenn man so die Stimme von einem Menschen attraktiv findet Bei Kevin war das nie der Fall. Ich weiß, dass der Tank in WoW war. Alles gut, ich hab auch WoW gespielt. Ach Quatsch Johnny, du hast ne hübsche Stimme. Ich hab hier ne Flederkatze, die ich schwangen muss. Johnny, du hast so ne freie Schnauze Stimme. Ich hab auch keine schöne Stimme und trotzdem hören die Menschen mir anscheinend zu. Yeah, ich hab wieder einen Menschen gefangen. Ich finde, ich finde, Benfo hat so ne richtig coole Lache. Ich wüsste so cool. Ich hab so ne Tee, Tee, wie heißt das? Tee-Kanne-Lache? Ne? Quasi. Ich hab auch dieses ganz schlimme Lieses, wo ich halt ersticke. Komm, bleib drin. Du schweißt Pudding. Das ist kein Pudding. Der Gummoz. Ja, ne Freischnauze. Oh, guck! Guck ihm! Was? Das gibt... Fang das! Das ist ein Shiny! Ja! Ein Feini! Bleib drin! Er war eher ein verbeuter Teekessel mit Schlück auf. Hu! Feini! Und wenn ich halt voll am Lachen... Kennt ihr? Kennt ihr? Ihr habt doch alle König der Löwen gesehen. Okay? Ja. Wie kennt ihr die Lache von Ed? Der doofe Hyäne? Die hab... Die kann ich auch haben, Mann. Wissen Sie? Nein! Die ist ganz schlimme. Dieses... Das kann ich auch. Siehst du? Die Lache hab ich auch. Wenn es echt... Ich weiß jetzt schon am Samstag... Wenn ich Leute hier hab... Weil wir werden... Wir werden Uno spielen, Beppo. Dann weißt du Bescheid. Wir werden Uno spielen. Wir werden uns gegenseitig zerstören. Uh! Hier sind zwei Mammute, die sich zerprügeln. Und ich werde so lachen. Und dann fängst du einen. Ja, ja. Das mach ich auch. Da hab ich vorhin der... Äh... Der 37er gefangen. Oho... Kampfdecke... Giganten hier. Ja, aber ich kann euch sagen... Also... Wenn ich platz da von Lachen... Aber meine beste Freundin ist halt auch da. Wir... Wir beide platzen so brutal von Lachen. Ja, ich bin echt heiß. Ich bin so heiß, dass ich brenne. Nee, also... Come on, come on! Mist! Die Lache ist wirklich übel schlimm. Du bist ja Feuer und Flamme für das Spiel. Yes! Es ist drin! Ich hab einen Mammut! Du hast Money gefangen. Ich hab Money! Du lässt echt nichts anbrennen. Nein! Nur mich selbst! Hey! Nur mich selbst! Nee, also... Da bin ich wirklich brutal in dem... Ich hab ein Ei gefunden. Da hast viele Sprüche auf Lager, wa? Ja! 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 Ich hab' eine Zahl in die Masse gemacht. Ich muss dir auch noch Zahlen drücken, ey! Das ist viel zu viel für mich! Ja! Beute Geld! Ja! Beute Geld fühle ich komplett! Ich hab das echt gerne immer gespielt! Aber irgendwie sind wir nicht mehr so richtig... im... im... Call of Duty, äh... em... Weip! Na? Die neue Sims sind so ein Tujonfo! Ja... Im vollen Sims. Wir waren anhalt so krass drin am Anfang. Wir haben sofort reingesuchtet! und ich glaube das war zu viel aber auch mit absolut nicht mehr ich bin danach hier zu avatar gewechselt und war ich von dem avatar weib jetzt habe ich ein bisschen die schnaze von avatar als bin ich mit polen ich glaube in ein paar tagen kommt tecken raus das neue kommt bis die tecken und dann anderthalb wochen kommt wieder it takes two wenn johnny wieder da ist vollgeist hatten wir auch im weib letztes jahr oder vorletztes jahr da waren wir so krass im folge ist halt aber das liegt aber ich wette irgendwann wieder in diesem jahr sind wir wieder vorbei vorgeistin fort nachdem wir auch neben meiner ich habe nicht von welt gesagt ich habe polo gesagt vorgeist hat mich auch nie gerissen aber wenn du vorgeist zum beispiel mit marcel spielst ist das voll lustig soll das heißen weil du so krass raged das stimmt gar nicht das ist ein mythos ich habe keine aggressionsprobleme aber immer wieder mal am angst habe ich in der tat noch nie spielt einmal auf dem handy glaube ich und dann wieder gute nacht vielen dank für den ich wünsche dir alles gute gute nacht guten arbeitstag johnny du sollst arbeiten also ich habe urlaub es ist meine geburtstagswoche schlaf gut wo die war auch vorhin kurz hier marcel die hat die knie so schlimm angeschwollen ich habe arbeitskollegen der mit guti genannt deswegen dachte ich so was redest du was lauerst du er wird er wird von den chefs wird der guti genannt wegen seinem familien der guti ja ich habe echt angst da jetzt rein zu gehen dann kommt die schmidt wird sterben sagt mich ein und komme schreien und macht das ding kaputt habt ihr gesehen wie meine welt heißt meine welt heißt x hamster ich glaube du musst wie lebt man jemand lassen einladung scott ich glaube ich muss dir den zeigen wo ist er so wort für die option wie es kommt ja wie ganz hinten aber mir wird du hast es ausgestellten mehr spieler modus habe ich das ausgeschöpft ja guck das steht doch da ok da warte dann muss ich einmal ins ding gehen mein regal ist kettchen dahin gemacht da habe ich meine quallen und eigentlich haben wir hier auch noch led lichter aber die sind zu hell ja und da habe ich meine meine teddybär sammlung heute ist ein neuer dazu gekommen ich feier den echt brutal weil ich bin mega krasser paw patrol fan und ich habe mir heute meinen ersten paw patrol gekauft und in pikachos geschmeidung ihr müsst euch jetzt echt vorstellen ich stand da so mit einem kleinen mit dem kleinen teddybären in der hand und ich habe den pikachu gesucht und ich bin dann ich habe ihn gefunden er stand ganz oben in einem regal und kevin war gerade ich weiß nicht wo und ich gehe so zu dem verkäufer mit dem teddybären in der hand so können sie mir bitte das pikachu da geben ich habe das überall gesucht ich habe das überall gesucht ich habe das überall gesucht währenddessen stand ich da zu spielen so an meinem paw patrol ja dann hat er mir halt das ähm das pikachu noch runter gegeben und ich war voll glücklich ich bin zurückgegangen und ich so mit dem in der hand so ich bin so dumm gewesen ja ja ah ne die habe ich nicht ich glaube ich habe keinen den ich habe halt ähm den hier heute bekommen ähm den hier habe ich mir heute gekauft guck den euch an das ist chase das ist chase ah ich feier halt voll ähm ich habe das doch gern dort versuch ich habe das doch gern dort versuch ich habe ich heute auch noch bekommen weil da suche ich noch einen einzigen da suche ich noch genger und dann müsste ich alle haben aber genger zu finden ist halt mega schwer ja wow ich weiß nicht genger ich habe den total noch nie noch nie gesehen hier mhm ok geht's nicht doch doch ich habe jetzt meinen code brauchst du nicht meinen code ähm doch aber wo muss ich den eingeben ey das suche ich auch gerade hat jemand schon multiplayer gemacht ich habe halt ultra viele pikatschis da habe ich halt sauviele oh jetzt finden wir mal raus wie der multiplayer mode geht ne ich glaube ich muss vom titelbildschirm ausbeutig kommen achte ich guck mal also mein arbeitskollege hat mir ohne scheiß gerade 5 oder 7 videos geschickt über 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 ähm all world ist ja dumm die ohne mit der habe hat auf an in meine mannsplätze immer hängen und ich gehe mal raus. Und dann gucke ich mal, ob ich einfach dir joinen kann. Du brauchst mein Code, oder? Ich muss gucken. Ah, okay, hier. Sag mir nicht mal. Wie ein Code? Ja. U, A. U, A. Oh, einen Moment, einen Moment. U, A. Du gehst da eigentlich auch, oder? Da sagst du. Ah, doch. R, K. 3, T. Ups, hab ich schon falsch gedrückt. 3, T. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Okay. Okay. Glöd. Ich bin nervig. ... ... Irgendwas passiert. Kommt Beppo jetzt hier raus. Kommt Beppo nicht hier raus. Wer weiß. Ich hab echt noch kein Ego nie. Aber ich hab so Pikachu, äh, Funko Pops überall. Ich hab so, ein Arbeitskollege von mir hat mir einfach so Kekse gekauft. Und ich hab dann einfach die Packung transformiert. Um meine Sachen reinzustellen. Ja. Ich hab ihr, ich nehm jeden Scheiß mit von Pikachu. Jeden Scheiß. Hä? Was ist das denn? Mhm, okay. Ich hab halt noch nie Leute gesehen, die zusammen gespielt haben. Aber es müsste doch funktionieren. Gib ihn noch mal. U-A-R-K U-A-R-K 3-T 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 4-T 7-T 9-T 8-T 4-T 9-T 9-T 10-T Ich habe mich nicht erlebt, dass ich als mich stark in ein Dingfeld komme. Denkst du? Aber umgedrehtet, dann geht. Tja, aber dumm. Ich glaube, es geht nicht mehr. So, das machen wir es umgedreht. Du versuchst mal, mit meinem reinzukommen. Da muss ich rausgehen aus dem Spiel, ne? Ja. Ähm... Okay, schnell zu wacker. Zeno, ja. Hallo! Kannst du Hallo sagen? Fragst du mal Hallo zu den Leuten? Ja, Papi ist da. Uh! Uh! Okay, jetzt will er wieder gehen. Auf Wiedersehen! Seine doofer Hund. Nach Server muss ich Spieler suchen, oder was? Ähm... Mehr Spieler mit, äh... Code. Ne, 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 zurück. Zurück? Ja. Ah, da. Okay, warte, ich muss die Maus nehmen. K... 6... 6... L... 8... M. Wichtig! Es wird geladen. Wird geladen. Stand das auch bei dir? Ja. Oh. Ehrlich jetzt Marcel? Jetzt soll ich doch mal zusammen, Alter. Guckt euch nicht. Es ist Totenstill. Totenstill, man hört nur Marcel so. Was? Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Natürlich, ich hab nichts gemacht. Hm, hm, alles okay. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nein. Kam ein Fehler? Ja. Dann guck ich, dann google ich mal. Ich muss es einfach nochmal. Lass mich jetzt vom Spiel übertrieben penetrieren. Hm. 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 XX hat sich heute bei mir gemeldet. Ok. Und, ähm, anstatt normal mit mir zu reden, kam sofort ein Vorwurf. Und da war es für mich schon so. Fakt hier rein. Statt einfach normal mit mir zu reden, wurde ich sofort angefotzt. Ja. Ich fand es richtig toll. Ich habe dann dieselben Kommentare zurückgeschmissen und dann hieß es, ja, dann mach doch, was du willst. Okay. Dann mach ich das. Mach die Sohe fertig. Alter, du musst schon angreifen. Das ist aber Ich bin Vielen Dank. Er wird ihn so wegsmecken. Ich komme gleich wieder. Ich muss mal aufs Klo. Ich muss mal aufs Klo. Ja, für den Anfang schon. Alter, ich bin so schlecht in solchen Durchsdängern. Ich brauche ein neues Pokémon. Ich betätige mich jetzt der Glitcher aus TikTok. Ich glaube, Beppo hat jetzt vor kurzem was bekommen. Eine Waffe. Boah! Ach man, fick doch deinen... Alter, wenn der Boss fällt, hier noch eine Stunde da... Ich habe nur 10 Minuten. Oh mein Gott! Alter, vielleicht auch auf die Leute schießen, nicht auf die Wand, Kimberley. Alter, habe ich keine... Sag mir, dass ich keine... Ich habe keine Dinger mehr! Ja, Yolo, wie mache ich das jetzt? Ich glaube auch noch an Gott, wa? Nein! Oh, komm. Bitte, bitte, Brudi. Bitte, 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 bitte. Bitte, Schatz. Greif an, greif an, greif an! Ah! Ich habe nicht genug Dinger. Leck mich fett. Ja, sie sind alle tot. Nein, na, na. Na! Okay, vergiss das. Warum spiele ich das Spiel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Probleme mit so einem Schein... Nein! Kann ich den nicht nehmen, ne, als Flammenwerfer? Der krepiert jetzt schneller als ich. Nein. Ich habe halt keine... Keine Bögen... Keine Bö... Ah! Nicht Bögen, Dinger. Ich hatte doch übertrieben viele Dinger. Komm, mach das jetzt, Bibi. Mach das jetzt. Komm. Komm, Mama läuft hier im Kreis. Und du machst das. Ich bin echt motiviert hier. Alter! Ich... Der bombardiert mich gerade mit Nachrichten, Han. Ich glaube, er ist gerade angebackt. Kann das sein? Ich habe den Glitch gefunden. Mhm. Fuck ihn ab! Fuck ihn ab! Fuck ihn ab! Fuck ihn ab! Ich... Ich trinke mal Wasser. Cheater. Ja, jemand hat den Glitch auf TikTok gezeigt. Wenn er es jetzt in drei Minuten fertig kriegt? Willkommen bei Chris Palmstar, cheater.de. Hier werdet ihr die besten Cheats aus den neuesten Spielen kennen. Mhm. Das ist ein Glitch. Wo cheate ich denn bitte? Ich bin da einfach nur so in die Ecke gerannt. Und er ist hinterher gerannt. Und jetzt hängt er halt fest. Ups. Er könnte sich ja bewegen. Oder halte ich ihn fest? Also wenn er das jetzt hinkriegt in zwei Minuten, drei Minuten. Come on, come on, Foxy. Wenn du ein stärkeres Pokémon hättest, dann wird es schneller gehen, ne? Ja, ich habe... Aber ich glaube, Feuer ist das effektivste. Denkst du, er kriegt das Sinn in zwei Minuten 40? Es geht jedes Mal so um 200 Punkte runter. Ja. Unwahrscheinlich aber auch. Ich kann halt nicht helfen. Ich habe keine Pfeile mehr. Hoffen wir, dass er es schafft. Ansonsten musst du halt auch mal ein bisschen kämpfen. Ich kann nicht. Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Person mehr. No. Nein. Komplett unvorbereitet in den Kampf. Nein, ich hatte ultra viele Bögen. Ultra viele Pfeile. Aber er hat halt ultra viel geschluckt. Foxy. Foxy. Ich cheate nicht. Warum sagt ihr, dass ich cheate? Ich nenne das Können. Ich schaff. Ja, ich habe nichts. Es geht nicht um Ll想. Holz steht. Ich schaffe. alter der bombardiert mich hier echt mit videos ich bin sie es mal nicht nein es ist ein arbeitskollegen und ich bin falls du da bist beruhige dich oh marcel marcel wir haben noch eine minute und er ist noch nicht tot ja 200 300 noch einmal ach er ist tot und ganz ohne moni und ohne feine wie ist das jetzt passieren alter das war aber jetzt ein schwerer also mir ja einfach vorzuwerfen ich würde cheaten johnny wie kannst du nur johnny boxy war halt eine maschine war ich glaube ich pack johnny hier rein weil dann kann er gute mal essen gehen und so ja geht schlafen ja geht schlafen die weiden hier wie die großen wo ist ein depo ich glaube einer rauchen oder so weiß ich nicht er hat doch gar nichts gesagt ja 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 wie nett und ist was mein bohr überfall überfall man meine pokémon heilen gerade meine pokémon etwas was ich meine ich habe keine feile gar nichts halt die sind so angepisst meine pokémon ja ja alter kommt jetzt mutue ich glaube jetzt kommt mutue ich will mal ein paar lass mich kurz ein paar dinge machen ich bin hier einfach voll easy am chillen und Kimi hast es geschafft ja ich habe einen glitch gefunden und ich musste gar nichts machen er war festgestockt und mein Paul hat den tot gemacht ich stand echt drei minuten nur da zu stehen ja er hat gecheatet ja ich habe in der ich habe gecheatet nicht nö es fällt dir an meine base anzugreifen es fällt dir an meine base anzugreifen es fällt dir an meine base anzugreifen ich bleib jetzt da drin und halt die klappe oh mein gott oh mein gott das habe ich auch noch reingelassen in meine base mhm so nächster schritt bei mir ich baller jetzt tausend Bälle auf dich wo gehen wir jetzt hin wo gehen wir jetzt hin Alter meine Pokémon machen einfach gar nichts die chillen hier einfach nur so rum fangt das Vieh aber den die der 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 Wie gestört ist das denn, bitte? Wer? Das Pokémon. Hast du nicht gehört? Nee. Es ist immer auf der Suche nach einem One-Night-Stand. Okay. Hast du den noch nicht? Nee. Lovanda. Okay. Hallo, Matt, danke für den Look. Lovanda, nee? Hat mich angegriffen. Aha. Also hab ich sie gefangen. Und sie ist immer auf der Suche nach einem One-Night-Stand. Da weißt du, wieso ist sie bei dir. Was soll das denn jetzt heißen? Sie wollte dich. Hm. So, ich glaub, er ist wieder in Ordnung. Kann ich wieder mitnehmen. Sie ist leicht verletzt. Sie könnte ich halt... Hier ist sie, guck. Die pinke hier. Ich fange mir ein neues... Oh, scheiße. Hier ist tiefes Wasser. Komm, kämpfe. Nein. Ah, die baut ab. Okay. Das war nicht dick, wie ihr reagiert habt, Leute. Das war echt nicht gut. Danke. Ja, ich bin im Kampf. Ihr habt nicht gut reagiert. Die Maschine ruft, Johnny. Tiet, tiet, tiet. Nee, ist absolut daneben. Und es hat mich getötet. Das Vieh hat mich getötet. Wow. Das Vieh hat mich einfach getötet. Was läuft mit dem? Das sieht so komisch aus, dieses Tier. Ja. Es sieht übelst komisch aus. Das pinke, ne? Ja. Weil das ist der, der mich angegriffen hat. Ja. Bück dich nicht bei dem. Ich hab in den Arsch der Sohl. Entschuldigung. Nee, so leid. Dankeschön. So, dann versuchen wir das Vieh dagegen, dieses Vieh. Ich müsste eigentlich gewinnen gegen das Teil. Das Ding ist schlecht. Guck, wie sie läuft. Die könnte bei MTV oder so mitmachen. Wie sitzt die hier? Oh, guck, die ist bereit, um... Wie gesagt. Wie heißt nochmal, wie heißt nochmal die eine, die gerade ins Dschungel kämpft? Virginia? Kim Virginia? Keine Ahnung. Ich nenne die Kim Virginia. Wie die da liegt. Ihr seid hier gut am Ernten, ne? Am Sehen. Ich seh schon, ihr macht das richtig gut. Und die gönnt sich mal eine Pause. Ja, sie soll sich eine Pause gönnen. Ich hab sie ja gerade fast zusammengeschissen. So. Keine, hab ich irgendwie einen Levelaufstieg gehabt? Keine Ah, ich hab wieder zwei Punkte. Hm. Nein, ich kann keine Nägel machen. Das ist verdummt. Ein Holztor. Hm. Wer sitzt hier, meine Sachen zu machen? Nicht untersuchen. Hast du fertig gemacht? Danke, mein Schatz. Wie er halt immer ruft, ne? Dieses Wuh. Fasern. Wo finde ich Fasern nochmal? Vom Baum. Vom Baum. Ich keine Haare, wundert mich halt. Ah, ich hab keinen Zerkleinerer gebaut. Ich dachte doch, dass etwas fehlt. Ich dachte doch, dass etwas fehlt. Ich versuche es, dass etwas fehlt. Ich versuche es, dass etwas fehlt. So. Ah, Depressor. So, ich feiere den komplett. Ich brauche übertrieben viele Pfeile. Manch, was kämpft der denn jetzt gegen mich? Manch, hör auf, gegen mich zu kämpfen. Oh, jetzt ist er. Da kommt irgend so ein random Paul und mischt sich in den Kampfer. Okay. 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 Vielen Dank. Dann renne ich ein für so vorbei und die snacken mich fehl. Dann rennt einfach weg. Der rennt um sein Leben. Der Bruder rennt einfach um sein Leben. Komm, bleib jetzt drin. Bleib 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 drin hin. Das sind immer nur die selben. Nee, 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 nee. Ruhe. Bringt die das irgendwas, den Pauls zu helfen, wenn die von den Wildern erschossen werden, Beppo? Nicht wirklich. Na dann, dann juckst du mich nicht. Aua. Hier hab ich auch schon alle. Depresso wird noch depressiver, wenn er sich das hier anseht. Kriegt ja auch noch einen auf die Sicht. Ich find 1 zu 3 zu 3. Nein, 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 nein. Ist der Ernst? Fick dich! Treibt an, treibt an! Fick dich. Alter, Depresso ist ja mal mega stark. Ihr macht das, Leute. Ich glaub an euch. Noch einer. Seid ihr auch so dumm und bleibt mir hinterher. Ja. Dumm. 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 Du. Was ist das? Das ist scheiße, Dette. Und wir nehmen, was macht der? Ein Workaholic. Ist halt ersetzt sich mal durch ihn. Ich weiß halt nicht, was du machst. Wer ist ein hungrig? Wer ist ein Stein? Ich hab immer irgend so ein Vieh, was hungrig ist, Mann. Oh. Ja, jetzt hat er wieder mal hier alles reingepackt. Hier. Hier. Hier zwei. Hier. Hier zwei. Die Schildbüppu geht noch tausendmal zurück zu dem. Ich werd das Ding auch fallen. Bei mir schläft einfach jeder. Ah. Aber ich hab hier ein ausgebrütetes Ei. Was ist es? Ein Floppy. Mag Orte mit viel Grün. Leider häufen sich hier doch Floppy, ne? Er denkt immer mehr Fälle von Heuschnupfen. Das arme Floppy. Er mag das Grüne. Und er kann nicht. Die Welt hat meins nicht gekriegt. Also Leute, es ist impressionant. Als Beppo hier zuzusehen. Wie er sich nichts von diesem Pokémon dann platt machen lässt. Oder er macht sich grad, lässt sich grad von ihm platt machen. Aber... Das Nachladen dauert zu ewig. Und ich muss an irgendein Interpretation, weil das Ding angehört. Ich hab ein Level abgefahren. Nein. Ich hab ein Level abgefahren. Ich hab ein Level abgefahren. Nein. Das Pokémon kannst du zur Maschinenpistole umbauen. Wie krank ist das denn bitte? Ja. 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 bist du denn für eine bist du tot oh mein gott er wäre echt cool gewesen ja nicht so ich brauche die feuer füchse oh mein gott er ist den der ist runtergekommen um den zu essen es gibt kühe komm her ich möchte eine kuh ich möchte milch die reaktion war jetzt genial ich habe so verfickt angst vor kühen das könnt ihr euch gar nicht vor das sind zahme tiere ich habe so angst vor kühen kühen kühe sind aggressive fischer und ich sag dir es gibt mehr menschen die von einer kuh getötet werden als von einem hei das liegt daran weil mehr leute in dem land leben wie an der küste ich bleibe weit weg von der kuh und das schlimmste ist wenn du so kühe anguckt und dann kommen die alle dann kommen die so in der herde und du denkst dir so oder das ist doch voll süß geh weg von das ist nicht süß das ist aggressivität pur die machen das weil sie sich töten wollen gar nicht wahr du hast du wieder zu viele filme geschaut ich habe noch keinen film geschaut wo eine kuh jemanden tötet aber nee ich habe echt angst vor kühen kühe sind aggressive scheiß fische wir sind auf dieser welt um uns zu töten lachst du mich etwa aus lachte ich nicht aus lachte ich an ich habe echt eine scheiß angst vor kühen das war noch immer so ich bin schon wie oft von einem pferd niedergetrampelt worden aber nie von einer kuh mein vater zum beispiel der hat fangliche angst vor pferden wenn da ein pferd kommt rennt der in die andere richtung als ich klein war muss der immer so ein pony festhalten das ist ja mit dem du dann so im kreis rum reitest oder was auch immer und als mein papa dann das kunden festhalten musste meine fresse er ist fast gestorben er hatte so eine panische angst obwohl das pony gar nichts gemacht hat sein böses pony mensch bleib im ball und dann werde ich schon wieder von der seite angegriffen beppo ist zu aggressiv die pols tun sich zusammen so wo bin ich jetzt? ach ok hier bin ich ok 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 cool 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 bleib drin! ich muss raus! sooo sooo ich bin drin da denk dich ja auch da bist'n du ja quatsch nicht ja quatsch mich nicht so an von der seite ja genau das wollte ich sagen da bist du bist du behindert? schlaverstuhl ist gefangen gott sei dank also wenn man mir so sagt bleib drin dann bleib ich erst recht nicht drin weißt du weil ich mir so denke mhm mhm wie liegt der denn hier? oh beppo ist bereit für dich die beine schon gepreit na ich sag's dir der denkt sich auch ist die türe zu bleibt die türe zu johnny wir haben gerade darüber geredet dass ich panische angst vor kühen hab da steht doch ne kuh bleib hier ich hab echt angst vor so ne scheiß kühen du ihr sind monster und drin meine dritte kuh warum ich angst hab vor kühen ich hab keine ahne ich bin der meinung ich bin der meinung kühe kühe töten menschen alles lüge kühe töten menschen kühe töten menschen? ich schwörs euch ein llama ich hab so angst also wenn ne kuh mir zu nah kommt ich 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 krieg nen her ich krieg nen anfall das ist wie wie clowns ich nö nö ich geh dann in ne andere richtung wie die kuh ja essen mach ich die auch gerne aber ich krieg nicht von essen ne 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 ich hab schon total Angst vor diesen fischern fischern solche fischen echt kommst du mir mit ner kuh zu nahe mhm mhm denn doch als du das siehst es war n scherz ich mein's jetzt ernst es war n scherz wir sind jem šerf Ich mach das heute noch. Letztens, letztens hab ich mit ihm telefoniert. Und er hat doch irgendwas gesagt. Und da hat er selbst gesagt. Mein Name ist Jeff. Ich wusste nur noch. Ich wusste nur noch. Ja. Die ist so dumm. Ja. Aber der hat halt da gewohnt. Und hinter seinem Haus waren sehr viele Kühe. Und sein Papa wollte unbedingt, dass ich mich halt mit den Kühen irgendwie anfreunde. Und dann ist er so voll nah mit mir an den Kühen gegangen. Boah. Ich hatte so ne Angst. Die machen nichts. Doch. Die töten dich. Du hast Paranoia. Ja, es werden mehr Menschen von Hunden getötet. Wie von Kühen. Also. Was noch mal? Was Kühe? Nein, das hat doch gar nichts damit tun. Ich hab einfach scheiß Angst vor Kühen. Das war noch immer so. Genauso wie vor Clowns. Clowns. Puppen. Und ähm. Und ähm. Ähm. Schaufensterpuppen. Hör auf. Mein Papa hat, ähm. Ah, mein Name ist Jeff. Das ist aus, ähm. 22 Jump Street. Oder 21 Jump Street. Wollt ihr einmal kurz gucken, wie euch meine Innereinrichtung gefällt? Jo. Warte. Darf ich noch fertig gucken? Okay. Mein Name ist Jeff. Jeff. So, seid ihr ready? Warte. Noch drei Pilze. Moment, einen Moment, einen Moment. Ich mach mal hier mal Seite auf. Guck sofort. Noch ein Pilz, Marcel. So, ich bin bereit. Ich bin durchdringen. Ist das doch noch nicht fertig gemontiert. Ich guck schon. Oha. Pfuh, pfuh, pfuh. Also, das ist hier mein Traum-Tiny-Haus, ne? Schon, schon Maschallah. Das merkt man schon an den Solarpanelen, dass du deutsch bist. So. Hier ist, hier ist die Kitchen. Hier ist ein Koffermaschinen und ein Gewürzregal. The other thing, the other thing. Yes, and... The fridge, the fridge. Dein Haus ist nicht behindert. Der Regal ist nicht behindert. The Regal? Da ist die Tür, bitch. Yes. Okay, okay. Sieht schon geil aus, ne? Aber es ist wirklich klein. Yes, es ist ein kleines Haus. Es ist ein wirklich klein Haus. Excuse me, we have 20, 24. But it's a really tiny Haus. Yes. Das ist sinnlos. Die Terrasse ist größer als das Haus. But the pool ist big. Oh, I have found a little bit dreieckiges Holz im Pool. I don't think... I don't think that the tiny house has a pool. Yes, of course. But I think the stool is a little bit nah on the pool. Yes, it is because when I sleep, that I wake up and fall into the pool and I am wach. Ah, that's your toe. That's your toe needs to be wet. Die kriegst du die Mühe eigentlich hoch? Du schließt das kleine Laufen. Ne, das ist... Ich meine, hier wachsen schon Blumen drauf, ne? Also, das ist eigentlich noch nicht da. Ähm... Das wurde alles mit Kranen hochgehoben. Quasi. Beziehungsweise hier war eigentlich mal ne Leiter dran. But your stairs are shit. Your toes are shit. How does Dobby come up there? Äh, Dobby is... is warning like on the couch. Äh, that is because he is sleeping now on my couch. Yes. And when he needs to shower? When he needs to shower, the shower is, äh, Entweder in the pool. Or in the, äh, upstairs. When I, I, I put a... I put a dog rutsche. In my house. Gibt es das Rutschen? Bleiben. Ah, scheiße. Da brauche ich bestimmt noch mal Eltern für, pass mal auf. Da ist noch Rutsche. Hehehe. But you have an add-on for, for pets. What do I have for pets? You, an add-on. You can make Dobby's in the game. Äh, yes. I can, I can. But I, I, I don't have the add-on. You need to buy the add-on. I have. How much does the add-on cost? How much is the fish? How much does the add-on cost? I don't know. Ähm, I have add-ons. All nacken. I have the add-on. I have the add-on, ähm. This is richtig deutsch, englisch. I have, I, 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 I have the add-on. I have the Wüsten-Oasis-Head. I am. And I have the, äh. I have the nachhaltig Leben-Pack. And the, äh, traumhaftes InDesign-Pack. There is a magic-pack. Yes. And I have the tiny magic-pack too. And you bought them all. Schick mit Strick. Kann man jetzt ho- Paranormale Phänomene. Yes. Oh my gosh. It is all the packs in the packs are- Guck da, you have Hunde und Katzen. Yes, I have Horses too. Oh, you can make Horses. Oh, schlimm. But you also have gothic somewhere. Yes. And, and, and vampires. And, and- And Star Wars. And, and where is Star- Oh. You have Werwolves. Witches. Vampires. Oh. Ich würde so einen schönen Vampir aus mir machen. Yes, because I have, I have no money. And the gratis-items, äh, I have noch, äh, noch nicht abgeholt. Könnte ich eigentlich gleich. Hm. Yes. That is all the- That is all the- Facts. Weißt du, das Schlimmste ist? Wir reden hier richtig zum kotzen Englisch. Johnny ist Amerikaner und der muss sich diese ganze Scheiße anhören. Äh, Johnny, äh- I want the cool style set. Yes, me too. But it's- It is, äh, cost- Oh, five o- Äh, five Euro. Oh. Everything's five Euro. Oh, gothic style set. How cool is dich? How cool is dich? But I need a- I need a doggerrutsche. Where is a doggerrutsche? I don't know. I can better English, also, ich rede das jetzt nur als Idiotty. But we need the doggerrutsche. Äh, so doggerrutsche. Why don't you talk to- Don't take the- The horses. Don't- Oh, dead, bro, Doc. Alles klar. Braucht das Pack. Oh, 40 Euro. Ja, die Packs kosten alle 40 Euro. Leider. Ich hatte für echt viele davon. Oh, das ist da aus. Ah, nee, saueruskost 20. Reise nach Badoon. Kannst du, goldm. Solange ich nicht Anakin Skywalker reiten kann, will ich nicht... Was, was... Was ist... Pacta Marge, man reich der Magie, was ist das? Ist das Harry Potter, oder wie? Witches. Was ist das Witches? Witches, Witches, ja. Die haben auch so einen Schucker wie ich an. Boah, was... Ich hab da... Ich hab da noch... Ähm... Gab's auf Steam... Auf... Auf Steam kannst du die im Bundle zusammenstellen. Ah, ich hatte mal wirklich brutal viel von Sims. Meine Eltern haben mir mega viel davon gekauft. Aber... Ich hatte damals auch gefühlt alle Teile. Ey, selbst... selbst im Inselleben hast du keine Rutsche drin. Das ist nicht so weit. Alle die Pferdemädchen, Mann, die werden so brutal. Du kannst ja den Gaul erstellen. Ich freu mich so krass auf Samstag, weil da krieg ich mal einen neuen Controller. Müssen wir dann auch mal einen neuen anschaffen. Ich krieg den, ähm... geschenkt. Von wem? Meine besten Freundin. Uff... Weil sie hat mir so... Das ist so ein Harry Potter Controller, ein echt cooler. Und sie hat mir den so geschickt. Und da meinte sie, wie findest du den? Meinte, ich find den echt hübsch. Ja, und dann... Sagt sie so... Ja, dann kauf ich dir den zum Geburtstag. Okay. Nehme ich. GG, würd ich sagen. Nehme ich. Ah, hier, guck mal, warte mal, Gartenspaß. So ne Bodenrutsche... Was... Spaß. Warum gibt's hier sowas? Bist du immer noch hungrig? Du bist immer noch hungrig. Gib dir ein Baguette. Bist du immer noch... Ne, jetzt bist du nicht mehr hungrig. Okay. Also hier läuft es. Hier läuft es, Leute. Hier läuft es. Der ist so süß. Sehr klein. Ich hab ein neues Ei. Oh, scheiße. Den hab ich schon. Ist der Hirsch. Glaubst du? Hä? Bist du dir sicher? Das ist der Hirsch. Ja, ich hab ihn ja ausgebrütet. Farsan und Metallbarn. Ja, das Ding heißt. Ich brauch' ne Feuerdrüse. Das heißt, ich muss irgendwie so'n Pokémon abfallen gehen. Ja. Wie mach' ich das? Wie mach' ich das jetzt? Wie mach' ich das jetzt? Ein DD, ein Dino, Dino. Ein Dino, Dino. Guck' sein Auge. Ja, ich hab' immer alles schlimm. Ja, ein Dino. Marcel, arbeitest du morgen nicht? Ach. Weil ich muss ja erst um 8 Uhr aufstehen. Ach so, okay. Ich dachte schon so, ja, okay. Ja, ich muss auch früh raus, weil wir müssen mit den Tieren zum Tierarzt. Ich hab' so Angst, angeschrieben zu werden, ne? Tara hat so'ne bitterschlimme Entzündung im Ohr. Und ich krieg's nicht in den Griff. Das willst du nur machen, mehr kannst du halt nicht machen, ne? Ja, okay, aber vielleicht sag's nicht, ich hab' das zu lange jetzt schleifen gelassen, weil... Die sind schon einen Monat damit, aber ich... Wir waren bei ihr, aber... Kevin ist halt so'n Mensch, er hört nicht zu, was die Tierärztin sagt. Hm. Böse Emi. Deswegen wollte ich unbedingt mitgehen, ja. Und jetzt... Hat Knuff auch noch ne Beule auf'm Rücken. Yeah, wieder ne Kuh! Oh je! So, ich geh' ganz kurz auf Toilette... Und was Essen suchen. Ja, ich rauch' auch noch gleich eine mit euch und dann... Bleiben wir auf Feierabend. Ist ja schon spät. Schon spät, ja. Ab 12. Zeit für einen Knoppers. Hm. Dicke, wo ich hier grad noch das Häuschen um und dann... Beziehungsweise... In eine Richtung noch mal ein bisschen. Ja! Ah... Kärze unterm Fernseher ist natürlich nicht so geil. Hm. Was anderes hab ich da hochpacken kann. Ego. Ja, ich hab' den Dino... Ja, ich hab' den Dino... Kiste mach' ich später, gefällt mir auf jeden Fall. Das ist der Relaxaurus. Mach' ihn tot. Ich hab' ihn gefangen. Perfekt. Ich hab' ihn gesagt. Vielen Dank. So, ich soll da ja alles hochlassen. Dann brauche ich oben noch ein PC und alles und ein Glas. Was? Jetzt bei 97% ist er rausgekommen noch. Oh wow. Ja, schön. Ich sage es ja 31. Ich gehe aber zuerst mal zurück in die Base. I am backbitches. Willkommen zurück. Ich habe Bauchschmerzen des Todes. Das ist noch so viel. Nee. Das ist halt die schöne Frau zu sein. Ah, okay. Gott sei Dank lebst du in dem modernen Feld. Morgen könntest du ein Mann sehen. Stimmt. Ich will es gerne. Oder ein Fuchs. Ja. Fuchs. Nee, aber... Ich finde das so schlimm, dass das so weh tut, ne? Dann glaube ich. Ist auch ein bisschen nervig halt. Kann ich den nicht verkaufen? Beppo kann ich keine Pauls verkaufen? Äh, doch. Aber das geht bei mir nicht. Da habe ich was Falsches geklickt. Ach so, okay. Wurde ich beim Paulhändler gehen. Bin ich. Verkauf bald alles, was ich hab. Nur die Röhren heute. Not bin ich. Das ist ein bisschen. Ein bisschen annoying. und was kann ich kaufen bei der tante ein toko 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 ein toko toko hast du ein toko toko das ist ein toko toko was macht ein toko toko du schalt da mal zement frei und ich habe aus versehen jetzt ein toko toko gekauft echt jetzt habe ich jetzt echt ein toko toko gekauft ich habe arbeitskollegen die wollte sich halt das alles rausnehmen lassen echt noch in meinem alter jedoch an sie doch wenn sie keinen bock auf kinder haben will oder wenn sie wenn sie keinen bock auf kinder hat warum nein sie macht das wort ist halt echt nur wegen ihr schmerzen ich habe auch gesagt überlegt hier bevor du sowas machst weil ich muss sagen ich war auch mal so weit dass ich gesagt habe ich schaff's nicht mehr und so aber wenn du das jetzt in diesem alter schon entscheidest weißt du das demnächst jeden fall jenen das sein aber ich bin der festen überzeugung dass du es bereust aber ich meinte heute noch zu kevin wenn es eine marktlücke gibt auf dieser welt dann ist es eine pille gegen regelschmerzen das ist normal glück die es gibt also falls jemand von euch beiden clever ein cleveres füchsen ist wisst ihr was sie zu tun wenn ihr geld haben lehmels regelschmerzen sind er keine normalen schmerzen wie kopfschmerzen oder sowas regelschmerzen sind ja weil sich der uterus zusammenzieht so bearbeiten muskeln so zu machen ja aber was ich halt immer so komisch finde ist halt warum hat nicht jede frau dasselbe das check ich halt nicht weiß frauen haben unterschiedliche schmerzen ja aber die haben ja gut jeder nimmt die schmerzen unter so für warum müssen einige von uns einfach halb krepieren wie ich in dem fall und andere haben halt so gar nicht die frauen kann ich die leider nicht mein boden zurücklegen hier ich saß die ganze zeit wie so eine affe vom pc aber ich habe heute morgen auch einen unfall beobachtet mit fahrerflucht wir waren einkaufen und da habe ich so was ich gehe am auto vorbei und die waren gerade so dabei nach rückwärts 1 parken und da höre ich so so krachen weißt du und ich so online weil ich kenne die geräusche mittlerweile auswendig und ich drehe mich so um und ich sehe so ein altes ehepaar einfach mit ihrem auto die seite von dem audi zerkratzen und er fährt nach vorne und er fährt wieder nach hinten und hat sich noch mehr in das andere auto eingekeilt und käse natürlich haben die so angesehen und sie haben gesehen dass wir den ganzen unfall gesehen haben und trotzdem sind sie danach einfach weggegangen sie sind ausgestiegen sie haben sich angeguckt haben haben doch gesagt gegner in zueinander da ist doch gar nix und ich okay ganz unauffällig zum auto gegangen ja ja der kotflügel war eingedellt plus eine mega schramme ich so okay habe ich auch nur manche wenigstens gemerkt ich habe ich habe den zettel ins fenster gehangen von dem typen und ich habe geschrieben ich habe den unfall beobachtet falls sie eine zeugenaussage brauchen bei der versicherung polizei ich habe alles beobachtet es kann ja immer sein dass sie das melden gehen um um das auto ausrufen zu lassen aber sie waren halt noch über eine stunde da und da wurde keiner nichts ausgerufen ich finde sowas einfach nur asozial natürlich wenn es von dem chef das auto gewesen wäre oder so dann wäre auch alle elfen schicken gewesen ich verstehe es nicht dass sie das ausrufen aber gut ich meine wenn derjenige zum auto gelaufen wäre also es hat niemand angerufen kann aber wir vermuten vermuten halt dass die anderen eventuell den zettel weggenommen haben das ehepaar kann natürlich sein aber es wäre halt einfach krass asozial wo hast du auch dieses pokémon da frei gemacht welches aus der box da kriegst du immer die mal gespannt mein zweifel mal zwei stunden ist fertig das kriege ich nicht hätte ich nicht bitte bitte lass mir den kleinen igel weil er ist so süß der igel war ja so krass süß jetzt man ich habe den igel gefangen und den hund den hund habe ich auch bekommen ja ich bin so weit weg von meiner base leck mich fett warum hast du den jetzt getötet also ich verstehe dich nicht du bist so aggressiv ich habe dich nicht so erzogen jetzt wieder ein mammut kann aber von mir aus weiter mammuten dem verkloppe ich mich nicht guck was ich bekam in meinem ding beppo verkloppt sich mit dem was oha bebo meinem ei treffen die mich etwa an der igel ich habe mich so heftig in diesen kleinen igel da verliebt oh mein gott hier sind ja echt viele igel voll viele igelis alter wo kommst du dir beiden denn her jetzt hatte ich auch noch probleme mit dem lama wir wollen uns morgen okay okay ich habe ein besseres bad für meine polls jetzt wird es lager ich versuche gerade so ein lama zu fangen richtig stinkig gerade so wenn da sich noch einer beschwert dass er kein schönes bett hätte ich habe keinen plan wo ich bin ich habe mich so derbe verlaufen wir sind menschen und lamas und und ich und ich weiß nicht wo ich bin guckte der change bantle und bantle und bantle und platz den heubau erinnert mich ein bisschen ich muss wieder nägel herstellen alles voller rookies tötet sie also baut hier einen guten vorrat an erz weil du brauchst später so viel eisen was für jeden scheiße es reicht mir jetzt okay über krieg hier so steht das nächste einmal reinsetzen wo ist denn das nächste ali tja ihr wolltet ja nicht auf mich hören ist ja schon fertig ich will halt immer so nütter chillig da vorbeigehen ich will das nicht die die schlüssel verlieren die können auch schlüssel verlieren so 40 minuten dauert es dann was müssen wir jetzt als nächstes mal etwas aufräumen ich habe wieder steine holz was habe ich noch was ich nicht brauche seelen was gibt es noch ich gucke ob ich was zu essen für dich habe da muss ich behalten oh flingklaue ähm wieso mache ich das hier drin das hat hier nichts zu suchen ich habe wieder knochen ist jetzt nicht mehr hungrig warte sie fetzt die alle weg die essen auch die menschen die wölfe essen einfach mal die menschen ja so ist das leben sympathisch also hier sind ja so viele rookies versucht sie halt echt zu umlaufen was brauche ich viel hast du gesagt erz oder was jetzt ultra viel erz ich bin Was ist das? Ich brauche gleich wieder ne Truhe. Bauen wir uns noch ne Truhe, weil es so schön ist. Und ich hab nicht genug Material, das ist auch geil. Weil ich schon wieder Metall brauche. Alter, mein Ding ist ständig hungrig. Nee, vorbei, vorbei, vorbei. Wer die Tanzi ist, ne? Keine Ahnung, ich muss immer an Tanzverbot denken. Guck dir doch Tanzi an, wie schön er tanzen kann. Oh, hier ist noch ein Pokémon. Oh mein Gott, die ballern hier mit allem auf mich, was geht. Deine Rüstung ist kaputt. Oh, du nährst mich, du dover Wolf. Was hast du davon? Oh mein Gott, hier schießen gerade so viele auf mich. Ich schaff das nicht. 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 Noch eine. Weiß das noch eine. Bristler. Okay. Bristler. Okay. Bristler. Okay. ach du scheiße ich weiß nicht wo ich bin ich habe keinen plan wo meine base ist diese noch auf der karte das war nicht ein für seine base reisen kann finde ich bisschen du das finde ich ein bisschen du kilometer von einer base weg bist ja dafür gibt es die telebruchpunkte ich habe keinen ich bin so weit weg aber ich habe neue pols ich habe den pols befreit und so weiter das ist gut das ist gemacht dann muss ich metallrüstung diese schuppers ich weiß es hat ja gar nichts mein arsch tut weh mein gott ich will einfach nur nach hause in meine base du musst gucken wo ein fisch das stadt ist voll weit weg da musst du sicher wo ein neuer was die igel sind so süß wie lange wirst du heute es wird auch gleich spannen gut und Oh, die ist sogar sehr wunderschön, das ist geil. Oha, hab ich gesehen, das ist wie... aus Fallout. Ich konnte auch den Kopfschmerzen machen. Den war ich auch direkt. Da hätte ich noch einen besseren Schutz. Da kann ich direkt schon nach dem neuen Metall sicher gehen. Ist hier irgendwo eine Brücke? Ja, hier. Oh mei, oh mei, oh mei. Komplett verlaufen. So, ganz gut. Dann nehmen wir auch den Tisch. Ja. 15. Und schon alle 50. What the fuck. Dann holen wir ein bisschen mehr. Ich hab schon. Oh la la. So, was brauche ich hier hin und nach Kuppata zu machen? Stimmt, ich muss die Tür noch bauen. Oh, Lünsch da durchgemacht. Oh, ich bin so dumm. Ich hatte noch keinen Fuck. Ey, ich hatte noch keinen Fuck. Und dann töte ich ihn. Dann hab ich ihn ein Eis gehabt getötet. Dumm. Gibt es hier noch Fucks irgendwo? Scheint nicht. War das das einzige Fuck hier? So, ich brauch Nägel. Und Nägels machen baue ich natürlich sicher wieder Eisen, oder? Natürlich baue ich wieder Eisen. Natürlich mal das Maximum und Nägel, was ich jetzt momentan machen kann. Ich wollte mich teleportieren in meine Base und jetzt plötzlich stehe ich in meiner Base. Ich bin den ganzen Weg zurück gelaufen. Ohne es zu merken. Hm. Ich hab ihm ein gutes Stückchen hier aufgedeckt, also... Gechillt. Boah, hier kann der noch. Ich hab auch schon ein gutes Stück von der Map aufgedeckt, aber boah, das ist noch... Bei weitem und noch toll schon. Ja. Aber das ist gut. Kommst du bitte rein, Fuxi? Dankeschön. Dankeschön. Ach man, wie es hier aussieht. Als hätte der Blitz eingeschlagen. Oh, da gehen wir mal nachher ein bisschen Erd sammeln. Ich hab aber mehr als genug Eier gefunden. Gönnt sich ein Päuschen. Facke die Bude nicht ab, bitte. Ähm... Ja, ne, ich wollte hier an das Repar... Repariert Set. Mein Lugstum ist kaputt. Naja. Mhhh... Den packe ich hier rein. Den packe ich hier rein. Oh, der Igel ist so süß! So süß! Was macht der denn eigentlich? Der Arsoch... So... Ah, der fällt Holz! Oh, pack dich! Noch einer, der... Holz... Macht! Ja, cool. Du hast einen neuen, wo ich nicht habe. Wissen, ob die riesen Echse, die ich da habe. Guckt, was er tut! Du hast den Level 7 und Russisch weggefangen. Du hast den Level 7 und Russisch weggefangen. Nun! Ja, ich stehe schon frei. Ich hab dann die Echse, die Fähigkeit. Ähm... Ähm... Die Höhne ist noch gut, nicht. Wie kann sie ein bisschen Fähigkeit? Glaub ich mal ein paar mehr Pauls. Kann ich jetzt diesen Ofen endlich bauen? Ja, meine Hacke. Ja... Oh, äh... Gute, die wird riefen. Level 50 kriegst du stationären Raketenwerfer. Ja... YOLO! Das hätt ich... Wo Diana hat viele Dinge... Basisstürme gibt's immer einfach mit Raketen aufgeschossen. Ja, löse ich mal bei Avatar dabei. Ja... Ofen passt nicht da hin! Da mach ich den... So... Dann mach ich den hier hin. Ja... Überfall! Überfall! Kommt, Leute! Mach die weg! Alter, du hast aber... Du hast standig Überfall. Geil! Ich spiel nur Feierstunde, geil! Und an den Feierstunden hatte ich schon wenig Feier, da finde ich wiederfall. Ja... Die kommt weg auf. Mega nervig! Ich bin ja bei Südreinigem noch immer... Paul, wo halt eh nirgends vom Steil so ein Steck. Vom Kronk. Ohohohoho... Hier wird schon drüßig sind. Ja hier noch's mega am Spiel dran. Ich schüttere mich grad komplett. Ich baue mein Uhr. Ich schüttere mich grad komplett. Ich baue mein Uhr. Ohohohoho... Und Spiele will kränisch ab. Das ist geil. Stationäre Armbrust. Na der Armbrust. Was ist da gar im Zischhör. Ist da gar nichts gebracht. Ihr wurdet alle weggesnackt. Noch einer. Da sind alle weg. Okay, wieder rein. Geh rein, Foxy. Foxy, komm rein. Komm rein. Komm. Weil du doof bist. Und dann gehen die alle schlafen. Die fetzen hier weg und dann gehen sie schlafen. Und dann gehen die alle schlafen. Und dann gehen wir weiter. Ich dachte, du kannst eine Feuer-Pokémon-4-Uhe versetzen. Ah. Ok. Was ist das? Klau. Was ist das? Merci. Was ist das? Was ist das? Wenn wir Metall waren, machen wir, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, dass wir es nicht mehr machen können. Ich meine, es ist so schön. Was? Den Ding in den Pokémon, nicht du? Hm? Du... Seltsam, du warst noch gegangen. Was ist denn da nicht schön? 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 Oh, das ist ein Donschlevel für jetzt. Du geh nicht dran? Du brauchst die Rogge. Nein, nein, ich geh nicht dran. Was ist denn da nicht schön? Ich und mein Holz... Jetzt ist es ich und mein Eisen. Ja? Ich und mein Eisen. Ich und mein Erd. Ich und mein Eisen. Ich und mein Erd. das ist anstrengend. Eigentlich geht es nur ums Looten im ganzen Spiel. Das ist halt echt Fallout. Eigentlich ist es nicht wie Sons of Forest, jetzt wo ich überlege. Eigentlich ist es wie Fallout. Also bei mir, Bippo, ist doch niemand depressiv. Es war einer, der war schlecht gelaunt. Ich habe den ein bisschen gestreichelt und dann war er wieder gut. Abgeschoben. Ich habe den einfach ein bisschen gestreichelt und dann war er glücklich. Wenn du dich nicht gehst zu Samen reißt, mache ich aus dir Saft. Ja, ich habe das ja nicht. Ich kann auch keinen Saft machen. Ich kann auch keinen Saft machen aus denen. Ich will auch keinen Saft aus denen machen. Das ist echt schlimm. Die müssen Kinder beten. Das ist die Haut eines Kinders beten. Ich würde, würde Bella jetzt sagen, so ein Toilett. Ich habe mein Holz. Ne, ich habe meine Nägel. Kann ich eventuell jetzt gucken, meinen, äh, Kumpel da so zu machen. Ähm. Kann ich eventuell jetzt gucken, meinen, äh, Kumpel da so zu machen. Ähm. Ich habe nämlich den einen, der immer noch irgendwas gebrochen hat. Beppo, ich habe den nicht getötet, Alter. Ja, ja. Ne, ich wüsste, ich habe den immer noch von Anfang an. Ich kann den jetzt endlich gesund machen. Ich habe euch den Pudding gemacht. Ne, ich mache keinen Pudding aus denen. Ich habe ihn, ich mache ihn gesund. Weil ich amüsiere mich jetzt, äh, Medizin zu machen. Du wirst sehen, wie lange du Medizin herstellst. Na, ich kann es nicht vorstellen. Kein Gegenstand braucht so lange wie Medizin. Ähm. Toll. Hast du nur nicht die große Kiste? Ja, die packt mir so einen Scheiß überall rein, ne. Das ist ja der Wahnsinn. Ach Gott, Jan. Das ist doch gar keinen Sinn, was ihr da macht, Leute. Feuerdrösen. Kleine Paulsäle. Das klingt auch so krank. Eine kleine Paulsäle. Hm. Medizin habe ich. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Schwefel-Eigetisch mache. Ich habe Hunger. Ich habe ständig Hunger, Mann. Also, du denkst fast, diese, 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 diese Dingens wäre auf mir basiert. Ja, ich habe auch ständig Hunger. So. Sie sind wieder hier voll im Gange. Mein Ei ist fertig. Was ist denn da drin? Das frage ich mich jetzt. Ein Zellerei. Toll. Den habe ich schon. Toll. Mega toll. Ein düsteres Jumbo-Ei. Oh, da ist was Gutes. Du bist ausgehungert. Dann geh doch essen, du Vollidiot. Warum isst er nicht? Wo ist er? Guck mal her. Warte, du kriegst noch, du kriegst noch was. Jetzt kommen wir mal zurück. Ist er immer noch hungrig? Er ist immer noch hungrig. Warum steht da Danger bei ihm? Danger, Danger. Ich verstehe es nicht. Schwer verletzt. Ah, okay. Guck mal her. Du bist wieder in die Paul Box gepackt. Kannst du dich regenerieren? Du kommst zurück. Du gehst rein. Okay. Okay. Warte. 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 Ich nehme mich mal hier hin, weil du hast einen Knochenbruch. Um dich muss ich mich halt kümmern. Ähm. Wer ist das mit Knochenbruch? Du. Soll jetzt aber nicht arbeiten. 는지. Geil, wieder eine Seele. Da ist wieder ein Dino. Jetzt habe ich Medizin und ich kann ihm das nicht geben. Was soll das? Wieso? Gegen den Knochenbruch. Was soll das? Ich dachte, du machst einen Handschuh aus dem Igel. Oh mein Gott. Ich war jetzt ganz verwirrt. Ich dachte, du machst einen Handschuh aus dem Igel. Niemand hat meine Nägel gemacht. Keine Leute gucken uns bei Powerwall zu, weil die gucken alle Dronksen. Ich schicke ihm einen Beschwerdebrief. Spiel einen anderen Tag bitte. Ich nehm es aus die Zuschauer weg. Ich nehm es den kleinen Streamer, die klickt weg. Schämst du dich nicht? Du kommst zurück. Du gehst weg. Was macht sie? Was macht der Igel? Blitze. Was machst du denn mit Blitzen? Ich nehm dich mal einfach raus, um zu gucken, was du machst. Okay, Pingo macht die Nägel. Es ist ein bisschen verwirrend. Ich hab 723 Holz. Verrückt. Okay, die sind jetzt zu zweit. Wenn ich sogar zu drück. Das Ei braucht noch 24 Minuten. Sie haben halt kein Essen mehr. Okay. Dann machen sie Essen. Er macht Nägel wie ein Großer. Oh nein, Entschuldigung Schatz. Du machst das richtig. Da hab ich den armen Kleinen ein paar Mal hin und her geschossen. Obwohl ich das gar nicht wollte. Wer auch. Wer auch. Wer ist denn jetzt schon wieder hungrig, Mann? Du bist die ganze Zeit hungrig. Es ist wieder dein Schleim. Wir essen. Da bau die Futtertasche für dich. Das wäre eine Idee, ne? Habe ich die freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Glaube. Ah, kleiner Futterbeutel. Was? Fasern. Da muss ich wieder Bäume platt machen. Das ist doch das Ding, das automatisch sammelt. Was für ein Ding, das automatisch sammelt? Äh, für die Bäume. Müsstest du auch Faser hinmassen haben. Hier habe ich nur Holz die ganze Zeit. Ah, ich kann hier Fasern machen, ne? Oder? Ja. Das macht Holz. Ne, der, äh, da eins ja keinerer macht Fasern, glaube ich. Hier steht aber nur, dass er aus Fasern Holz macht. Ne, er macht nicht aus Fasern Holz, er braucht Holz, um Fasern zu machen. Das war logisch. Tut mir leid. Dumm. Oh mein Gott, ich habe zu viel, ich habe zu viel aufgenommen. Scheiß. 700 Stück, Mann. Ich kann immer noch nicht gehen. Scheiß. War zu viel. So, jetzt geht's. Ja, ich brauche viel, zu viele Fasern. Äh, benötigt Bewässerung. Kann mal hier bitte jemand kommen? Ein Bewässerungspokémon wäre benötigt. Ja, Depressor habe ich auch jetzt in der Bank. Ich brauche ein weiteres Bewässerungspokémon. Ich glaube, das hier ist ein Bewässerungspokémon, kann das sein? Ja, der geht, guck dir den Bruder an, der geht sofort dahin. Bist du immer noch hungrig? Ich dachte, du hast gegessen. Jetzt ist er schon ausgehungert. Du bist mir so auf die Nerven. Ich habe halt nichts zu essen für dich. Jetzt bist du Hunger nicht. Warum isst der denn nicht einfach hier was? Ich check's nicht. Ähm, was brauche ich für den kleinen Beugen? Fasern, genau. Die Fasern werden gerade gemacht. Du hast Hunger. Komm, wir gucken mal, ob wir was für dich finden. Dann schießen wir ein paar Tiere tot und dann kannst du die essen. Es öffnet da vorne wieder ab. Der Kracht ist ja übel. Danke für den Bug, Dido. Was? Der hat einen Flammenwerfer, der vom Widerstand. Alter. Hat dir das geholfen? Du bist aber immer noch hungrig. Ich hab noch fern. Und der ist immer noch hungrig. Boah, übertrieben. Ich glaub, wir gehen in die andere Richtung. So, haben wir die alle getötet. Hier ist ein Tokutoku. Oh mein Gott, die explodieren. Oh mein Gott, Beppo, die explodieren. Die laufen dir hinterher und explodieren. Oh mein Gott, wie krass ist das denn bitte. Schwierige, haute Jungs. Oh, da ist wieder eine Seele. Und da ist ein Depressor. Der ist versteckt vor mir. Aber deine Seele gehört jetzt mir. Was verlieren die Elefanten? Rollsaft. Ah ne, ich will was essen. Ich guck mir so leid, wenn die so schreien. So, heäää. Aber... Snack ist Snack. Oh, Schiffchen. Ich hab's schon mal. Ich hab's schon mit dem Snacken. Come on, bleib drin. Yo, Level 25. Alter. Klopp doch, Mann. Ich will dich nur essen. Die geht nicht kaputt, hm? So, mein kleiner Joke, kannst hier... Aaaaah, ich verscheiden. Du kannst hier wieder Steine kaputt machen. Oh mein Gott, wir sind gestorben, Mann. Ich wollte den nur essen. Wie essen? Ich wollte sein Fleisch haben. Ich wollte einfach nur sein Fleisch haben. Ich wollte meinen Falls helfen. Und, und, da wurde ich, wurde ich weggesnackt. Wurdest du gesnackt? Ja. Da wurde ich gesnackt. So dumm. In welche Richtung ist es? Ich komm jetzt auf all die Dives entfernt von der C8 bei mir. Lelelele. Ich schreck mich hier gerade so auf. Ich habe nicht gesehen, wie schwer die Rüstung ist. Wenn wir in den Momenten gehen, die gehen kann man nicht. Die Metallrüstung wird einfach nur gewischt und rüstig. Und die Wopf ist 20. Und das geht schon bald um. Da gibt es nicht, wenn es... ... die Ausrüstung ist. Oh, du leid. Meine Ausrüstung ist leid. Gott sei Dank. Nimm mir einen Kilometer von meiner Base vor. Ich kann aber so, wenn ich den Altsch da fand. Ich fick ihn so an den Arsch. Scheiße. Scheiße. Ich habe zwei Räume heute. Ich wollte schon eine Räume bringen. Oh, dunkel. Fehler geschehen. Ich muss unbedingt Munition hier herstellen. Ich sehe alles, wo ich das nicht versichere. Oh, du kriegst. Warum? Ich nehme dir an, warum ich das nicht versichere. Gott. Ich sage nur vielleicht auch nicht. Mann, wir haben echt die Bremse zu schluss. Juhu, schau nicht mehr. Huh? Woh-ho! Danke für den Negern Danke Ich glaube nicht Also die Schildkröte ist mega nützlich für Erdzusammne. Den möchte ich zusehe. Ich schau mein Studio aus. Ich schau sie ab. Ich schau sie ab. Ich schau sie ab. Ich schau sie ab. So, wir kommen zurück auf die Beine zu kommen. Schöpfen sie geschafftei, wir wollen die Äußerung noch nicht fertig. Ah, gut geschafftei, Junge. Könnte direkt das nächste Äußerung machen. Oh, du hättest noch die Nähle gemacht, das ist ganz gut. Belohnung kriegt er neue Bett. So. Mach mal bloß Schluss nicht, weil schluss wie soll, da kann man in die Toilette laufen, wenn man mega schluss ist. Okay, Stress, dann bis morgen. Bis morgen. Ciao. Okay. 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 So. Okay. 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 Vielen Dank. 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 That's good. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.